ja ein herzliches willkommen liebe freunde der gepflegten unterhaltung ja ich weiß im letzten part habe ich einen part gehabt von circa einer halben stunde wo ich nichts geredet habe bzw geredet habe aber ihr habt nichts gehört ja wenn man sein mikrofon halt mut und danach nicht mehr anschaltet was eigentlich recht blöde ist weil ich habe es nämlich glaube ich hier über die hardware lösung gemacht habe vergessen wieder anzuschalten statt es hier über die software lösung zu machen ja war recht blöd ich bitte damit um entschuldigung ihr habt aber auch kein dummes gespräch verpasst muss ich kann es ehrlich zugeben so und wir sind heute bei der karte plane bei der plane und plane ist eigentlich das englische wort naja gut wenn das funktionieren würde und nochmals meine kanzler das anbieter 500 funktioniert auch ich habe auch ein paar drin gelassen wo ich quasi auf toilette gegangen bin wieder zurückgekommen ich hoffe ich habe es versucht youtube studio zuzuschneiden ich hoffe mal dass ich das jetzt löschen konnte naja gut dann würde ich sagen wir legen los und wir kämpfen uns gegen die französse durch ja wir kriegen neue einheiten und zwar bekommen die jetzt den newport oh mein gott wir haben natürlich nur die fokker was nicht ganz gutes so wir schauen uns mal ganz kurz an wie hier alles aussieht wir sind natürlich wieder 1 zu 2 in unterzahlen wie über wir haben dafür war zwei fertigungseinrichtungen und nur ein depot was ich recht blöde finde jetzt stellt sich natürlich die frage wo sind wir wie sind da da ist der gegner wir haben die eine fertigungseinrichtung was haben wir hier ein depot das ist auch die französische kam die stehen ja auch da wir sind hier recht dünn besiedelt das ist aber eine unserer fertigungseinrichtungen das sind die französischen dann haben wir hier mit der französische einheit was ganz schlecht ist aber hier aber wieder deutsche einheit denn was auch gut ist dann haben wir hier das hauptpartier der franzosen wir haben hier eine fabrik die glaube ich in französische handel ist nein aber die werden sich die franzosen leider gutes krallen können oder ich denke schon die werden sich krallen da haben wir ein depot und damit werde versuchen hier unten das depot einzunehmen habe ich hier etwas im depot drin nein wenn wir auch schon da sind würde ich sagen ständig war meine leichte artillerie hierher das ist ein depot das gehört noch niemandem wird aber bald den franzosen gehören und da haben wir eine fabrik die ist unser als schlussigkeit gucken damit den bunker belagern wir die idee aber ja ich würde sagen mit dem belagern wie man den bunker da haben wir eine mobile flerack war ich ganz gut finde es ist eigentlich nie oder sieht man jetzt nicht truppentransport sind wir hier eigentlich in gefahr eigentlich nicht nicht ja zwei das ist auch unsere fabrik oder nee aber ich würde sagen die fabrik versuchen wir zu übernehmen das hier ist unser panzerzug den stellen wir mal hier hin und jetzt mal ganz kurz gucken wie gesagt gut also die fabrik hier ist frisch das depot gehört dem gegner die fabrik ist frisch die wird er sich wahrscheinlich krallen und dass die fabrik und die fabrik für dass ich beide kreien davon gehe ich mal aus wir haben aber keine infanterie einheit und wie gesagt wir müssen jetzt erstmal gucken dass wir alle einheiten ein bisschen zusammen friemeln ist da was drin nein ich hoffe dass er mit dem flugzeug und ansatz daher kommt das sind gegnerische einheiten das sind auch gegnerische einheiten naja die mittlere flerack wo könnte ich die am besten hinbauen ist halt jetzt die frage nicht was wird er zuerst angreifen oder wo wird er sich zuerst platzieren also diese fabrik wieder sich holen und diese fabrik wieder sich holen diese fabrik werden wir uns holen und deshalb wäre es eigentlich von ratsamkeit mit der infanterie einheit hier mal ein bisschen zu agieren und die mittlere flerack ein bisschen hoch zu bewegen wir dürfen aber auch unser aufquartier nicht so ungeschützt lassen weil ich noch keine ahnung habe wo der gegner denn hin möchte naja er hat jetzt auch zwei einheiten mit denen ja wunderbar sind wie gesagt er wird sich das depot jetzt holen also noch ein depot ist zu holen das wird er sich holen und drei fabriken davon wird er sich zwei holen wir eine dann steht es drei zu drei und zwei zu zwei ne 3 zu 1 und 2 zu 2 ne 3 zu 3 und 3 zu 1 gut ich hoffe doch dass ich jetzt hier abbeschelbart reißen kann wie gesagt wir werden erst mal uns zu den depots beziehungsweise fabriken hier bleiben wir mal mit der fabrik stehen hier bleiben wir mit bei der fabrik stehen und versuchen die zu verteidigen so hauptquartier lassen wir mal noch links stehen wo könnte ich zum beispiel den fluss verlauf ja gut aber die mobile flag macht mir ein bisschen panik naja wie gesagt also wir werden hier den ecken versuchen zu verteidigen das wird uns wahrscheinlich nicht so gelingen wie wir es gern hätten den stelle ich mal da hin und den stelle ich mal da hin ich habe nämlich das gefühl der witz mit transportbooten kommen hat er denn transportboote also mit transportbooten scheint er nicht kommen zu können ich habe nämlich keine ausfindig gemacht ich habe patrouilleboote sind aber keine transportboote gut dann würde ich sagen also noch etwas bevor wir jetzt hier weitermachen kampf aus und natürlich der kampf mit der f1 tasten so haben wir irgendwas in reichweite nein hier nicht ja hier haben wir was und zwar die fucker greift mal diesen bunker hier ein ist hier irgendetwas in reichweite ich vermute ganz stark dass er hier jetzt erstmal sich die fabrik nimmt und diese fabrik sich nimmt und das depot nimmt gut davon gehe ich jetzt aus er holt sich jetzt wie gesagt er holt sich jetzt die zwei fabriken darauf geht er zu und auf das depot geht er zu wir bewegen uns auf diese fabrik zu dann werden wir erstmal versuchen die fabriken zu halten ganz wichtig dass wir die fabriken halten werden das heißt schwere artillerie bauen äh um die fabriken zu halten und dann können wir uns eigentlich immer noch in kopf machen um flugzeuge und sonst etwas depots werden für ihn halt interessant sein für ressourcen darüber werden wir uns aber dann in kopf machen wenn es soweit ist also rechnet mal mit zwei bis drei stunden für dieser karte ich finde es halt immer noch doof gemacht dass das neue update von obs wieder eine pause funktion obsolet macht dass wieder die pause funktion nicht aktiv ist leider während der weiter zieht gehe ich noch was zu trinken holen so kontrolle mikrofon ist an mein mega pegel geht werde den fehler will ich nämlich keine zweimal machen wenn ihr euch keinen sirup kaufen wollt weil sirup kostet fünf euro und so aber ich möchte trotzdem ein bisschen geschmack im sprudel haben dann kann ich euch empfehlen besorgt euch diesen krümel tee äh diesen instant tee und ähm macht es so wie ich ich hole mir halt immer so ein krümel tee zum beispiel ich habe hier himbeer vanille ist ganz nice sache da mache ich mir ein glas da haue ich so zwei löffel von dem tee rein zwei gehäufte zwei teelöffel von dem tee dann scheint das ein bisschen weil die kohlensäure die da drin ist die wird ja ein bisschen nicht so wir können dann f1 drücken wir können f1 drücken habe ich gesagt und dann greifen wir ganz gemütlich erstmal den bunker an ohne erfolg ja da wären glaube ich zwei flugzeuge von von haltbarkeit so ja sowas in der art konnte ich mir schon fast denken also damit drauf los so so der kann zwar keine lufteinheiten aber so dann hauen wir mit dem da hinten dran ähm ja wir können ja nie über die berge fliegen das ist ja blöde wir haben ein flugzeug mit dem wir aber nicht über die berge fliegen können das ist eine doofe sache er bewegt sich darauf zu das war logisch ähm ja wie gesagt ihr habt das ich hab das ja vorausgesagt er geht jetzt erstmal hier hin holt sich die fabrike dann geht er erstmal hier hin holt sich die fabrike und da unten wollte er sich wahrscheinlich das depot holen genau so und wir holen uns einfach diese fabrike wie sieht es da oben aus da oben ist einiges am coming denke ich immer ähm ja 39 äh wir können bald anfangen gut aber wie gesagt das lassen wir noch ein bisschen hier stehen und so und so machen wir es anders und zwar äh werden wir uns um das fuß um das fußvoll hier kümmern damit unsere focker etwas erfahrung bekommt damit werden wir uns natürlich auch hierher begeben weil das depot möchte ich auch noch ein bisschen verteidigt wissen und er kommt ja mit einem fuß äh er kommt ja hier mit einer kavallerie auf mich drauf los das finde ich ganz nice dann würde ich diese fahrzeuge hier stehen lassen hiermit greifen wir das flugzeug an und hiermit greifen wir das flugzeug an bis dahin habe ich ja dann hoffentlich hier die fußeinheit in die nähe der fabrik gebracht wir gucken mal ganz kurz er wollte nämlich soweit ich weiß mit irgendwas wollte er hier loslegen und zwar hier keine ahnung wo er da hin möchte da haben wir den new port wie gesagt ich hoffe dass ich da gut vorankomme also die fabrik hier möchte ich definitiv verteidigt wissen so was haben wir denn jetzt hier also wir müssen aufpassen mit der mobilen flerack so erstmal greifen wir hier an jetzt gucken wir mal ganz schnell was die mobile flerack hier für eine reichweite hart 4 das heißt wir müssen die im flerack so schnell wie möglich aus dem weg räumen beziehungsweise der aus dem weg gehen so da wir jetzt habe ich ja gesagt hier noch ein angriffsziel haben hier ein angriffsziel haben läuft das eigentlich schon mal sehr gut so was ist noch mal in dieser fabrik dran fußeinheiten macht ja nichts gut ähm was soll das eigentlich gewesen sein wenn ihr das seht bin ich wieder auf der arbeit ähm also das heißt also ich nehme das jetzt noch an meinem letzten freien tag auf ab morgen gehe ich wieder arbeiten hoffentlich bekomme ich äh nicht wieder das große c kann liebend gern drauf verzichten Moment ich muss aufpassen dass ich nicht zu tief reinstecke sonst habe ich den reset knopf gedrückt ja wenn ich zu tief in dem irgenstäbchen reingehe und dann setze ich mich auf fergserstellung zurück dass es nicht so besonders tuffte ja wie gesagt das ist also eine alternative so sieht es jetzt aus ähm ist eigentlich gesprühtes wasser vom sodastream oder bei mir heißt das ding so dass da und halt mit normalem ähm krümeltee weil ähm ihr könnt am anfang gern sirup benutzen aber ihr merkt ja irgendwann dass die kohlensäure für den sirup nicht mehr reicht und der sirup eigentlich so ein bisschen abgestanden schmeckt ähm dann könnt ihr um die rätselige kohlensäure noch zu benutzen den krümeltee benutzen weil ihr seht ja dann an dem sprudeln das ja immer noch da ist und der zitronentee schmeckt ein kleines bisschen besser es schmeckt so ein bisschen an wie einer ahoybrause wenn man eine ahoybrause zum beispiel trinkt nur mal als beispiel ich bin jetzt ein bisschen paranoid geworden ähm ich guck gelegentlich immer noch ob der mikrofonpegel noch funktioniert weil ähm das vom letzten mal ich hoffe ich bitte nochmal so eine entschuldigung kein wunder warum ich hier einen daumen nach unten gekriegt habe normaler schreibt man das mir immer ich habe eigentlich gedacht dass ich nochmal ein audiokommentar von youtube hinzufügen kann irgendwie ging das nicht so jetzt sollten wir aber noch erfahrungen mit der fogger bekommen das finde ich ganz gut ja der panzer zogen noch die view port kaputt der nicht ganz aber die fogger die macht das auch ein bisschen ich habe ja gesagt er holt sich hier die fabrik und die andere fabrik holt er sich auch und das depot holt er sich ist aber ganz normal das habe ich ja gesagt das gebe ich ihm auch nur die eine fabrik bleibt halt mein so ganz schnell ganz kurz den rüber hier nachfüllen so er produziert natürlich jetzt munter drauf los wir haben noch nicht produziert ich möchte auch nicht produzieren ganz ehrlich aber das schöne ist ja ist schon mit seinem flugzeug da und ähm ja das freut mich weil wenn er mit seinem flugzeug da ist so dann würde ich sagen in der nächsten bewegungsrunde werden wir uns diesem ermächtigen hier greift er natürlich meine elite-infanterie an das ist natürlich ganz gut er steht natürlich jetzt das ist natürlich das blöde jetzt an ihm er hat jetzt hier drei gegner die ihm alle drei eins vom koffer geben ähm oha äh mein flugzeug muss äh die wiege machen ähm ich hoffe dass mein flugzeug das überlebt ähm ja ich weiß worauf äh du hinaus möchtest das kannst du aber den Hasen geben mein Freund ähm weil diese Chance gebe ich dir definitiv nicht so äh dann gucken wir mal er hat seine Bewegung sind die Leute hier bewegt ja gut dann äh würde ich sagen bewege ich mich mit meinem Flugzeugmotor hoch um meine Leute ein bisschen zu unterstützen hier können wir eigentlich ganz gemütlich noch stehen bleiben alles okay alles gucci ähm ähm das sind wir kein Problem schade ich hätte jetzt eigentlich gern die Fabrik mit diesem Spätpanzer übernommen das geht leider nicht wär schön wenn man eigentlich mit jeder Einheit das übernehmen könnte ähm ich darf natürlich nicht ähm eins eins zwei drei ich darf natürlich auch nicht zu weit hier nach vorne hier das dürfte eigentlich reichen eins zwei drei gut also der kriegt mich definitiv nisch ähm aber ich blockiere die Brücke und das ist das was ich möchte so jetzt wird er natürlich ähm meine Einheit hier angreifen klarer Fall es macht aber nichts weil die Einheit die wird repariert die mobile Flak wird wahrscheinlich auch noch angreifen nein oha warum nicht dann holen wir uns wieder ein bisschen Junge ich will nur sagen du hast dich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster rausgelehnt ähm ähm wir haben wunderschöne Einheitchen dann würde ich glatt behaupten dann bauen wir zuerst wie gesagt erstmal schwere Artillerien um ähm unsere Fabriken zu verteidigen dann bauen wir Flugzeuge um dann alles andere niederzumähen weil bevor ich dich jetzt niedermähe die bringen wir noch im letzten Jahr hatte so ja das ist der Tod von ja V war eigentlich ein ganz nices Lied muss ich sagen schön ist doch glaube ich er hat gar nicht glaube ich mit seiner Einheit hier angegriffen oder ne hat er nicht das wusste er ganz genau dass das in die Hose geht lassen wir mal erstmal die leichte Artillerie den Spätpanzer den nehmen wir mal der Tod ist ein gerechter Mann obs ein bisschen reich dumm ist dumm sagt der Wurm als leicht ist jeder gleich ja meine Fliegelgezeuge würde ich glatt behaupten müssen wir bald reparieren hier brauchen wir glaube ich mit schwerer Artillerie nicht großartig anzufangen da reicht eigentlich die mittlere Artillerie denke ich mal das heißt hier können wir direkt anfangen mit Flugzeugen zu produzieren und hier schwere Artillerie die ich dann hier hoch bewegen werde mit dem Transporter genau richtig Nixenreichweite, 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 Nixenreichweite sonst sollten wir theoretisch eigentlich alles haben mit ihm habe ich angegriffen mit der oben den habe ich angegriffen mit der hinten den habe ich angegriffen also eigentlich habe ich mit allem angegriffen was ich angreifen konnte ich habe eine schwere Artillerie produziert hier werde ich dann nachher die mittlere Artillerie entstellen und hier werden wir dann anfangen die Flugzeuge zu bauen mhm okay dann hoffe ich mal dass das er ist in der Denkphase er ist in der Denke er ist in der Denke wenn sie in der Denke verbleiben ich kann das gar nicht mal im Simon hat auch so schön gesagt was ich muss mit der Spreche irgendwie dass sie in der Denke verbleiben und so ach Mal im Simon fand ich gut ich habe in meiner Wohnung irgendwo ein Bermuda-Dreieck weil ich habe nämlich drei dieser wunderschönen Bleistifte gehabt jetzt habe ich nur zwei ich weiß gar nicht wer der dritte ist kann natürlich sein dass ich den dritten jetzt bei meiner Ex-Freundin ihrer Tochter liegen gelassen habe aber egal die Geschäfte haben so viel Bleistift die verkaufen die sogar mhm so was für mich wichtig ist ist jetzt erstmal dass meine Flugzeuge Erfahrungen sammeln dann dass meine Flugzeuge repariert werden und dann dass die mobilen Flarax aus dem Weg geräumt werden hoff ich doch wie gesagt schwere Artillerie sind sehr nice weil die haben eine sehr hohe Reichweite und vorhabe ich jetzt natürlich wenn ich die schwere Artillerie da oben jetzt habe naja also wenn ich die da oben habe will ich die schwere Artillerie ungefähr hier hinstellen dass die alles hier dass hier alles wegknallt was bei drei nicht auf dem Baum ist so ist der Plan naja ähm dann möchte ich quasi wenn da oben die oben links der Bunker weg ist will ich die schwere Artillerie dann oben irgendwo in die Ecke stellen dass da unten neben der Fabrik der Bunker weg ist und dann übernehme ich die Fabrik her so war es mal der Plan so gut wie gesagt meine Fokker finde ich ganz gut die kriegt jetzt ein bisschen Erfahrung meine stationäre Flarax kriegt auch Erfahrung und wie gesagt dass der seine DHZ oder DH2 da hergestellt hat ähm war ganz äh ganz schlecht weil genau der Panzerzug kriegt auch eigentlich Erfahrung so meine Fokker die haut hier auch eigentlich vor den Koffer so und die leichte Artillerie die wie gesagt die möchte ich auch schön bestücken ja und der Speerpanzer macht jetzt den komplett weg alles klar gut ähm das ist immer schön dass du das da hin baust weil dann kann ich nämlich die erstmal ganz gemütlich hier hin bauen und dann habe ich erstmal ein bisschen um diese Fabrik drum herum Platz ja ich weiß worauf er hinaus will ich glaube das hat er auch angegriffen ähm ja er wird mein Flugzeug hier oben nicht aus den Augen lassen ich glaube das ist sogar jetzt so eingeklemmt dass ich hier nicht mehr rauskomme verdammt verdammt da oben ist glaube ich noch eine schwere Artillerie auf dem Weg und Flugzeug sehr schlecht da unten ist auch einiges am kommen äh wie sieht es mit Fußvolk da aus ja da würde ich sagen dann stehe ich ich B-Panzer mal ein bisschen da ja damit die ein bisschen meinen Bunker mitschützen wenn es denn funktioniert gut also die Fabrik ist mein das Flugzeug ist definitiv jetzt down und dann wird mein Flugzeug repariert und dann gucke ich das hier oben alles fernhalte was von da oben runter geschimmelt kommt also die mittlere Artillerie die wird definitiv hier was reißen müssen und ich werde glaube ich noch eine schwere Artillerie hier hin bauen genau genau also jede Fabrik eine schwere Artillerie die Fabriks die müssen definitiv safe bleiben und dann mache ich meine Rebellion alter mache ich die Rebellion alter ja das ist halt wenn man ne mein schönes Flugzeug ja das ist jetzt definitiv weg genau geklemmt Feierabend gut diese Fabrik ist mein so und jetzt hole ich mir jetzt ein anderes Flug er hat ein Flugzeug von mir geholt hole ich mir jetzt eins von sieben also das ist definitiv so nichts in Reichweite er wird sich jetzt hier gleich bewegen gucken wir mal können wir eine schwere Artillerie noch nicht noch nicht aber wir haben hier oben eine Elite Infanterie die hoffentlich die DAZ oder TH2 ich bin jetzt immer durch ich habe mich überlegen wie der Scheiße Xing heißt so einmal hier eins vom Koffer und du holst dann das Flugzeug generell aus der Luft gut ähm wie gesagt ich hoffe dass das was bringt eins zwei drei pfff pfff wär schon nice wär schon nice wär schon nice Flugzeug hier da muss ich wieder da muss ich wieder das Flugzeug zurückziehen wie gesagt schwere Artillerie ganz von wertvoll mobile Pflarax wertvoll ähm dass wir die Flugzeuge aus dem aus dem aus dem Spiel nehmen ähm die können die können aber auch nur Luft einhalten die können keinen Boden einhalten ja das wird sehr interessant ich glaube das wird so 3-4 Stunden das da wir werden hier unser unseren Meister finden jetzt hat er sich die Fabrik geholt die eine Fabrik die jetzt noch frei war die hat er sich jetzt geholt ein ab 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 und los Ja, ich bin mal gespannt jetzt, wie das jetzt wird. Ja, 77 Einheiten, die alles erziehen kann, ein bisschen dauern. Wie gesagt, wenn wir jetzt mal, wenn wir erstmal ganz gemütlich das Depot eingenommen haben und die Fabriken eingenommen haben, Stück für Stück, und dann wird er schon wissen, was er hat, daran nichts, ne? Weil die Depots er nachher verlassen, die wird er sich nachher nicht mehr holen. Die wird er auch, glaube ich, nicht verteidigen. Der wird jetzt die Einheiten alles verstreuen, dass er alles versucht einzunehmen, und damit wird er die Depots eigentlich verlassen lassen. Ja. War, glaube ich, richtig. Und er produziert ja auch immer direkt so, dass man, ähm, dass er direkt alles ausgibt an Geld. Also er spart nicht, sondern er gibt alles direkt aus. Verdammt! Zack! Endlich! So, und die Fabrik ist jetzt, äh, sein. Das war mal klar. Ich hab ja gesagt, das wird, äh, Fabriken 3 zu 3 und, äh, Depots 3 zu 1 ausgehen. Was aber überhaupt kein Problem ist, weil ich hab ja schon nur mit einem Depot in einem Hauptquartier, hab ich den hier abgefrühstückt. Der will nicht allen Ernstes, doch der will. Dann würde ich sagen, schnell mal zurück. 1, 2, 3, letzte Chance vorbei. Ähm, wie gesagt, wenn er das Depot, ähm, was hat er da? Ja, er greift wahrscheinlich meine schwere Artillerie an, aber ich denke mal, der hat nur eine Einheit, deshalb wird da nicht großartig viel passieren. Der Spätpanzer, den werden wir mal hier hochbewegen und dann bewegen wir auch diese Fußanheit, äh, äh, es ist ja, was ich immer sage, ne, also es ist ja Wahnsinn. So, dann können wir nämlich nochmal eine schwere Artillerie bauen sollten. Äh, ja. So, wie sieht denn aus mit meinem Dingenskirchenzieher? Äh, die Fokka, die würde ich mal reparieren, würde ich das behaupten. Der Panzerzug, äh, den würde ich daher setzen. Den Spätpanzer in die Nähe des Panzerzugs, weil der Panzerzug hat ja 2 und der ist ziemlich gut erfahren, das heißt also, wir würden hier ordentlich was reißen können. So, dann würde ich sagen, ich will, ich stehe mal da hin und die mittlere Artillerie stelle ich da hin und dann werden wir danach gut, also er wird mit Fußvolk wahrscheinlich hier rüber kommen. Ah, er hat ein Flugzeug da rüber kommen. Naja, das kann er euch tun, das ist ja kein Problem. Ich habe ja da meine Pflarak. Nun, was haben wir hier oben? Da oben kommt zum Glück noch nichts. Das wird hart. Schwere Artillerie hierher als allererstes. Okay, ich glaube, dass ich damit einigermaßen gut beilege. Er wird da nichts reißen, weil er hat ja hier keine Erfahrung. Keine Leute mehr. Keine Leute. Ja. Die Fogger kriegt ordentlich Erfahrung, finde ich gut. So, du klopst erstmal hier den M1 vom Koffer und du gibst ihm dann den Rest. Du holst bitte das Flugzeug da aus der Luft. Danke fürs Gespräch. So, was kommt hier angewimmelt? Noch nichts. Hier haben wir auch noch nix, ein Reichweiter. Aber hier sollten wir was in Reichweiter haben. Und zwar das Boot. Dann ähm baue ich eine schwere Artillerie hier erstmal. Und das Flugzeug hier reparieren wir. Ich habe, glaube ich, hier auch noch eins, das ich reparieren kann. Genau, eins kann ich noch reparieren. Vorausgesetzt ist es da. Habe ich hier irgendwo noch was, wo ich reparieren muss? Ah, warte, 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 klar, 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 Das habe ich auch, glaube ich, gerade repariert. Genau, genau. Gut, hier drin haben wir nichts. Sehr gut. Okay, also, wir stehen mit 34 zu 84 ähm, fast 1 zu 3. gegenüber. Ja, da würde ich sagen, äh, lasst uns den Kampf beginnen. Der Aufkleber, das Final Cartage Modul geht ab. Das ist wie so irgendetwas, erklärt mir das bitte, warum heutiger Aufkleber, sei es jetzt hier das Final Cartage Strahlmodul oder sonst irgendwelche Etiketten von Disketten, warum die heutzutage, ehrlich gesagt, die mehr so halten. Äh, nehmen wir ein anderes Beispiel, ähm, etwas, was ich gerade eben noch in der Hand hatte, nehmen wir als Beispiel das finde ich gerade, das ist natürlich nicht sehr logisch, weil jetzt möchte ich es ja haben, jetzt finde ich es natürlich nicht, nicht. äh, nehmen wir mal Post-it-Zettel. Die Post-it-Zettel sind auf dem Block einwandfrei, die halten auf dem auf dem Block tierisch cool und sobald die einmal mit Luft in Berührung kommen, ist es vorbei. Dann muss ich ein Post-it-Zettel mit Hilfe von Tesafilm fixieren, weil es anders dann nicht mehr geht, was ich blöd finde. Und genauso hier vom Final-Cartridge-Modul, das löst sich manchmal, dann hat das hier eine Wölbung und ich könnte quasi den Aufkleber so abreißen, theoretisch, aber ich drücke es immer wieder nochmal zurück. Es ist halt nicht mehr so wie früher. Leider. Auf der einen Seite ist es gut, so kann man das Ketten immer wieder mal mit Aufkleber versehen, die halten zwar nischt, aber auch okay. Dann kann ja auch Klauch hingehen vor allen Dingen. Gleich hingehen und das alles mit Tesafilm fixieren. Weil das Tesafilm hält. So. Also das war damals echt eine gute Idee, die ich hatte. Boah. Ich glaube, da kommt irgendwas auf mich drauf los. Da kommt glaube ich sehr viel auf mich drauf los. Ich glaube, überall sagen wir Hauptquartier, Depot-Einheiten etc. pp. überall müsste eine schwere Artillerie hin. Dafür brauche ich Transporter. Und ich brauche mobile Flarax gegen die Flugeinheiten. Guck mal da, schwere Artillerie haut mir zwei Stück aus dem Füßen. Das finde ich gut. Ja, die stationäre Flarax holt jetzt erstmal das Flugzeug vom Himmel. Die leichte Artillerie macht auch Erfahrung. Ich finde das gerade klasse. So, dann wollen wir mal gucken. Als allererstes, da ist natürlich eine mobile Flarax im Angebot. Das finde ich jetzt relativ blöde. Was ich aber gut finde, ist, dass er mir hier das Fußbrück zur Verfügung stellt. Und ich werde versuchen, mit meinen Flarax mit den Artillerien natürlich die Flarax zu zerlegen. Okay, von unten. Ich würde gewissen, wo er das Flugzeug hingepfeffert hat. Eins, zwei, drei, außer Reichweite. Flarax Dann bewegen wir mal das hierher. Und dann würde ich glatt behaupten, das Fußbrück hierher. dann würde ich die dorthin stellen. Patrouillenboot, wie sieht's aus? Die haben eine Reichweite von zwei. Okay, also. Im Flugzeug können wir ein bisschen was droppen. der hat so Schien geschützt. Das ist ich will nicht sagen scheiße, aber blöd. da hat ich gesucht aber Apropos Flugzeug, was ich gesucht habe, das ist da unten, das ist da oben. das ist da oben. Okay, ich würde sagen, das war zum großen Ganzen auch schon. Der können wir ja auch momentan nicht machen. So, und dann hauen wir hier mal wieder eins auf den Putz. Und für den Fall, dass die schwere Artillerie hier Monden keinen Meter bringt, greifen wir da mit den Charon an, dann greifen wir da mit den Charon an und mit dem Flugzeug greifen wir das Fußvolk an. Okay, also der Bunga ist außer Reichweite, das dachte ich mir schon fast. Aber der ist ein Reichweite, der ist ein Reichweite, nichts in Reichweite, okay. Der wird mit dem Fußvolk ja hier runter gepimmelt kommen. Soll er ruhig tun, das ist in Ordnung. schwere Artillerie kann momentan noch nichts reißen, ist logisch, die ist noch nicht bereitet. 73 noch keinen Platz für die schwere Artillerie. weil die soll nämlich eine hier unten hin, obwohl eigentlich das ist eigentlich Quatsch. Hier unten eine ins Ballern ist für den Arsch. Aber wir können die benutzen um da mal Richtung hoch. Gut. Ja, das ist sehr cool, das fand ich klasse. Ich bin heute morgen extra ein bisschen früher aufgestanden wie sonst. Weil ich muss mich noch morgen das frühe aufstehen gewöhnen. Heute Abend lege ich wieder bei Zeiten ins Bett und dann ist wieder ratzefummeln. sch 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 Ich habe vergessen, meiner Tochter gestern Bescheid zu sagen, dass sie sich gut zu Hause angekommen ist. Und ich denke, das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt hier gleich anfangen mit Flugzeugen. Also, Fußvolk und Flugzeuge. Klingt nach einer guten Idee. Weil schwere Artillerie sind jetzt schon mal da. Und wie gesagt, die Fabriken sind das Wichtigste. Also das Wichtigste sind die Fabriken zu halten. Und dann kommen die Flugzeuge. Dafür halt schwere Artillerie und ja. Autsch, Knacksbrechauer. Wie gesagt, war da recht. Was ich geil gefunden habe, kann ich ganz nebenbei erzählen, ich habe von Freitag auf Samstag, also diese Woche, habe ich zwölf Stunden geschlafen. Zwölf Stunden, ich habe schon lange nicht mehr so lange geschlafen. Und dann habe ich auch den Schlaf wirklich gebraucht. Also, wenn mein Körper hingeht und sagt, Alter, du brauchst das jetzt und dann... Dann ist es soweit, also. Das Schöne ist, er hat die mobile Flarag jetzt in die Nähe meiner Artillerie gestellt. Das heißt, er kann in jeder Zeit jetzt gleich platt machen. Und er schickt mir auch schön Fußvolk runter, dass meine Artillerie schön hier an Erfahrung sammeln kann. Das finde ich gut. Ja, und wie gesagt, er macht jetzt momentan das Fußvolk wieder wahrscheinlich Richtung Hauptquartier alles bewegen. Gut. Sehr schön, die schwere Artillerie macht hier ordentlich Erfahrung. Die mittlere Artillerie hat noch nichts an Erfahrung. Okay, gut, das ist geschenkt. Der Panzerzug hat aber ordentlich Erfahrung. Und Eisernes Kreuz. Das heißt, wir haben jetzt einen guten Schutz für unten die Fabrik. Den Panzerzug. Und wie gesagt, jetzt kommt die mobile Flarag genau in meine Angriffsreich weiter, was ich ganz geil finde. Und jetzt muss ich nur gucken, dass ich meine schwere Artillerie mal hier eins rüber bewege. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt also, der Bunker ist jetzt in Reichweite. Der Bunker ist in Reichweite und das wollte ich haben. So, was haben wir denn da? Ihr macht ja nichts. Das ist ja alles, alles schön, alles gut. Und was hat dann hier alles so schönes? Aha, Fliege gezeugt. Das ist schon mal sehr gut, weil da kann ich dich nämlich gerade klemmen, du blöde Kuh. Wenn du geklemmt bist, dann hast du nämlich schon mal gar keine Chance. So. Mal noch Fußverkehr, ja, sehr gut. Okay, also. Also, die Infanterieeinheit stellen wir mal da her. Die Infanterieeinheit stellen wir mal da her. Dann kann von da ruhig alles kommen, was ich möchte. Du bist ein Reichweite des Bunkers, was ich ganz gut finde. So, hier blocke ich dich schon mal. So, und dann baue ich schwere Artillerie, Flugzeug. Ich bin gerade am überlegen. Ja, da oben kommt auch schon einiges angeschimmelt. Wie sieht's aus? Schwere Artillerie? Ja, nein, eventuell. Wäre schon nice. Also, ich werde mal, glaube ich, noch eine schwere Artillerie kaufen. Hier oben, die ist eigentlich schon ganz gut. Da wird jetzt, glaube ich, nichts kommen. Da brauche ich mir eigentlich keinen Kopf zu machen. Hier werde ich Flugzeuge bauen und hier anfangen, alles wegzuknallen. Was bei Trani auf dem Baum ist. Und ja. Gut, Gutsche. Äh, habe ich hier irgendwas hier drin? Nein, habe ich nicht. Ich denke, das war's eigentlich. Ja, er greift an. Das war's eigentlich auch schon. Was will ich noch mehr? Ja, hier. Ich glaube zwar nicht, dass das was braucht, aber trotzdem. Stopp. Und zwar, dich greife ich zuerst mit der schweren an. Dass ich schwere Erfahrungen sammle. Und dann hole ich dich mit der Leichten aus dem Spiel. Voraussetzt, dich kriege ich aus dem Spiel. Wenn nicht, habe ich immer noch die hier. So. Du. Kümmerst dich mal bitte um das Fußvolk. Ansonsten, bitteschön. Und Dankeschön. So, Moment. Jetzt, äh, da, 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 da. Komm zurück. So. Daher. 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 Ja, gut. Die mittlere Artillerie soll noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Meine Fokker soll bitte auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und der Rest macht der Panzerzug. So, und da ich jetzt genügend Material am Stüssel habe. Moment. Kommt eine schwere Artillerie daher gepimmelt. So. Da kommt Fußvolk. Angeschleicht. Unwahrscheinlich, aber dennoch. Wir machen es trotzdem. Da kommt ein bisschen weiter auf uns zu. Und jetzt sind noch 83 zu 35. Gut. Wie gesagt, den Bunker holen wir jetzt mit der Artillerie aus dem Spiel. Dann verteidige ich hier unten meine Fabrike. Die verteidige ich hier mit beinahe Einheiten. Hier unten wird auch noch alles safe sein. Hier die Fabrik wird hier verteidigt. Und das Depot wird auch eigentlich keinen großen Schaden nehmen. Was ich hier ein bisschen Angst vor habe, ist, wenn eine Artillerie hier angeschümmelt kommt. Und... Und... Yo. There you go. so ja das war mir jetzt irgendwo klar aber ich habe hier gleich eine mobile flerack die sich ganz gemütlich drum kümmern kann und dann können wir mit der schweren artillerie nur rein wir können die reparieren wieder rausholen und der zwischenzeit haben wir noch andere einheiten die die fabrik da unten verteidigen können finde ich ganz gut zum beispiel die gleiche artillerie zum beispiel wir haben die mobile flerack auch die muss ich dann irgendwann reparieren lassen und wir haben natürlich flugzeuge so wie gesagt wir haben wir haben jetzt gleich zwei artillerien die die eigentlich ziemlich hohe reichweite haben an der mittleren fabrik weil die wollen die wahrscheinlich garantiert haben die 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 Er zieht einige seiner Einheiten hier durch die Weltgeschichte. Wie gesagt, was er später nicht mehr machen kann, ist das Depot unten irgendwie benutzen, weil er wird ja alle Einheiten wegziehen. Und wenn die Einheiten weg sind, kann ich mir gemütlich dieses Depot nochmal holen. Und dann wird das Depot gesichert durch Flugzeuge. Das ist das kleinste Problem. Zack, weg. Eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt habe. So, und jetzt habe ich Fußanheiten. Ja, also das brauche ich mir überhaupt keine Angst zu machen. So, die leichte Artillerie kriegt jetzt auch ordentlich Erfahrung. Und die Elite hier in Vondrie, die wird auch immer weiter dezimiert. Genau. 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 Ja, Mittlerer kriegt gute Erfahrung. Und die Fogger ist fast als seines Kreuz. Das, was ich ursprünglich wollte. Gut. Ja, die schwere Artillerie brauche ich mir jetzt gar keinen Kopf zu machen. Da passiert nicht viel, denke ich. So, dann machen wir das hier. So, hier haben wir eine schwere Artillerie. Die haben wir ja produziert. Die kann man rausstellen. Die hier setzen wir mal da hin. Und die hier setzen wir da hin. Ja, nee, das kann man hier... Warte, 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 die bringen wir hier erstmal hier rein. Die können wir erstmal reparieren lassen. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich hier meine Fogger angreifen. Und die wird wahrscheinlich jetzt... Genau. Die weitgehendst dezimieren. Wie gesagt, ich mache mir da überhaupt gar keinen Kopf. Ich mache mir da keinen Kopf zerbrechen hier. Das ist... Ich mache mir überhaupt gar keinen Halsweh hier. Gut. Da oben. Wie sieht's denn da oben aus? Was will da oben passieren? Nix, ne? Ah, ähm, doch. Warte, was hat's... Benutzt. Okay. Und die Einheit... Gut, dann, äh, hoffe ich, dass ich hier ein bisschen was reißen kann. Wie gesagt, wir wollen ja hier dann anfangen, Flugzeuge zu produzieren. Gut, F1 für Modus wechseln. Ja, das Transportschiff wird eh nicht genutzt, deshalb ist es mir auch egal. Was? Aber meine Fogger hat jetzt alles anders gekriegt. Pass auf. Hier, greif mal da an. Danke. Äh, du kannst die hier mal aus dem Spiel rausnehmen. Dann haben wir nämlich die schon mit zwei Bubbels. Was haben wir denn noch so schönes? Moment, da oben war da noch einer gewesen. So, und zwar der hier. So, der ist mal da. Da gibt's nochmal zwei Erfahrungsbubbels. Dann holt sich die... Ah, das hier. Ich glaub, das reicht eigentlich auch schon. Ja gut, äh, so. Die schwere Artillerie hat nüschs. Okay, die wird da rausgeholt. Dann machen wir die hier weg. Und die hier holt das hier aus dem Spiel. Ja, und dann wird sich die Elite-Infandry mal darum kümmern. Auf jeden Fall, dass sie das entschafft. Hier. Die hier wird mal sich um die... Da oben das kümmern. Hier. Und, äh, die kümmert sich dann danach. So, die Fogger E3. Ja, Fliegezeuge. Dann geht's ab hier. Auch auf die Gefahr hin, dass jetzt das, äh, hier nicht so viel reißt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, warten wir ab, was der Gegner jetzt treibt. Ja, wäre das. Mache ich mir nochmal was kleines Trink. Ach, ich freu mich nachher schon aufs Essen, Alter. Das Schöne ist, ich hatte ja Corona gehabt. Äh, wie die Leute das mitbekommen haben. Und, ähm, ich hab da einen schönen Lieberdienst gehabt. Also meine beste Freundin. Und. Die hat mir so viel zu Hause gebracht, davon hab ich immer noch. Und das wird, glaub ich, bis Ende des Monats reichen. Was Mittagessen angeht. Das sieht eigentlich alles bis jetzt ganz gut aus. Also das Flugzeug ist auch so aus den Füßen. Die, äh, mobile Flaracke ist aus dem Weg. Ähm, wir haben da oben nochmal angefangen, ein Flugzeug zu bauen. Was ich auch ganz gut finde. Ich glaub, da werde ich noch ein Flugzeug bauen. Dann fang ich oben an, ein bisschen aufzuräumen, weil nicht hier unten alles schütze. Sieht eigentlich sehr gut aus. Sieht richtig gut aus. Also, merkt ich, das... Sieht aus, als ob wir hier alles im Griff haben. Ich hab alles im Griff. Oh, oh, oh. Auf dem sinkenden Schlachtfeld. Lalalala. Was schön ist ja, ich hab ja gedacht, dass ich beim letzten Part das rausgeschnitten hätte, dass ich auf der Toilette war. Aber hab ich's nicht gehabt. Und deshalb hab ich ja auch danach im YouTube-Studio versucht, das rauszuschneiden. Wie gesagt, es tut mir halt leid, dass ich halt danach nicht mehr... Ich hab zwar gesprochen, aber ihr habt mich nicht mehr gehört. Ähm, weil ich halt hier gemutet war. Genau. Ich hab mich mal auch wieder auf den Discord gemeldet. Nach langer Zeit. Und da bin ich auch, äh, ein bisschen, naja, zu Recht, ein bisschen verbal zusammengefaltet worden. Ach, das find ich gut. Komm, die holt's jetzt weg, die zwei. Was? Naja, der Spähpanzer macht den Rest. Ja, die mittlere Artillerie hat noch nicht so die Erfahrungen, die sie haben sollte. Genau. Der Spähpanzer, hoffentlich auch einen. Sehr gut. Gut, ich hab schon ein bisschen die Panik gehabt jetzt gerade. Aber wo Panik, ähm, ist schön. Ähm, so. Äh, ich hab ja gesagt, die wollen da drauf los. Ähm. Und das haben die auch jetzt hier gemacht. Und, äh, ja. Haben wir natürlich den Spähpanzer nicht repariert. Sehr, sehr nice, sehr nice. Ähm, genau. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Okay, also, das kriegen wir einigermaßen noch gemastert. Da wird's ein bisschen eng. Also, die hier wird jetzt sich darum kümmern. Die hier wird sich darum kümmern. Die hier wird sich darum kümmern. Die hier wird dann da ein bisschen auch Gas geben. Boah. Boah. Schöne Welt. Hoffentlich kriege ich das hier noch gerattet. Ich glaube, der kommt jetzt auch mal mit hier wird an. Ja, 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 ja. Ach, bin ich blöd. Mann, bin ich so blöd. Okay. Da wird dann wieder einiges auf mich drauf loskommen. Hoffen wir, dass ich das jetzt hier überlebe. oder so klar geklemmt okay gut das erleichtert mir einiges so okay dann kommen wir da rum so was haben wir hier oben da ist nichts mehr hoffentlich funktioniert das wie ich mir das vorstelle so und jetzt kommt der spaßliche Teil und zwar hier unten das also Bifogger greift mal hier an ja hier oh Gott greift mal hier an der hier greift hier an nichts in Reichweite auch nichts in Reichweite ähm da 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 so dann greife ich mit der hier ihmchen hier an mit der versuchen wir dann wenn alles okay ist das wird knifflig Leute das wird knifflig okay die Speerpanzer muss ich wieder zurückziehen und reparieren Lugzeug auch am Stüssel reparieren okay das nix gut wenn der sich bewegt wenn der sich bewegt gehe ich mal irgendwo hin dann geht's an o wenn das okay kann Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Wie schaut's denn hier aus? Also, hier haben wir schon mal die Gravallerie. Die können wir einmal... Ah, hier oben. Ich bin ein Reichweite meiner Flarag. Seiner Flarag. Aber seine Flarag, die holen wir aus dem Spiel. Ob nicht klappt das, wie ich mir so vorstelle. So, einmal klemmen bitte. Danke. Dürfte eigentlich klappen. Die holt die aus dem Spiel und die fängt dann an, sich hieran abzuarbeiten. Oder an der mobilen Flarag. Ich weiß es noch nicht. So, die würde ich jetzt mal glatt Richtung Hauptquartier bewegen. Um reparieren zu lassen. Gut. Hier oben, das dauert noch ein bisschen, bis die angeschimmelt kommen. Die sind schon mal sehr gut besammeln. Dann... Alter Quatsch. Ich hab ein Problem. und zwar wird wahrscheinlich ich meine Flugeinheit hier verlieren. Ah, und zwar ganz böse. verdammt, 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 verdammt. Abo, verdammt, mir fällt gerade was nebenbei ein. Und zwar, pass auf, ich hab doch da, hier, hab ich doch, ähm, Quatsch. hier. Da. Siehst du? Zap, zap, hast du gesehen, wie das gegangen ist? So, hier war nisch drin. Alles klar. Äh, hier hatte ich auch nix drin. Ähm, nein. Muss ich hier irgendwas reparieren lassen? Wie zum Beispiel den Spätpanzer, den Spätpanzer vor allen Dingen. Und diese Fußeinheit. Sehr gut. Ähm. Ja, ich denke, das könnte es eigentlich gewesen sein. Ja, der wird das beim Transportschiff hier versuchen, platt zu machen, der Idiot. Ja, und die, wie gesagt, der Bersin ist gleich weg, weil, ähm, nein, 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 nein. Aber ich konnte mein Flugzeug retten. Oh, welch Wohltat. Ich konnte mein Flugzeug retten, alter, hier. Reparier. Du magst es, dich an mein Flugzeug ran zu wagen, du Vollidiot. So, zack. Weg. So, also erstmal Einheiten reparieren, bevor ich hier was Neues produziere. Wieso hat die eigentlich hier oben nicht angegriffen? Ich fragte mit einem Freund. Und für einen Fall, dass die Elite hier nix reißen kann. Viel Spaß. Gut, dann, hier unten wollte ich doch was buckeln. Und zwar den hier. Dann wollte ich, äh, den hier versuchen, aus dem Spiel zu nehmen. Und mit der schweren Artillerie Wollte ich... Wollte ich... Nehmen wir eins von Lotz kloppen. Mit dem Patrouillenboot. Hau ich dem Patrouillenboot, eins vom Klopper, und der haut dem eins vom Koffer. Ähm... Hier muss hier in Reichweite. Neun. Gut. Also, es sieht sehr gut aus. Momentan, das könnte so weitergehen. Da hätte ich nichts gegen. Moment. Da ist hier Flieger... Ist hier Flugzeug anwesend? Warte. 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 Ist hier fliegendes Gerät anwesend? Ähm... Nein. Gut. Ähm... Wie gesagt. Ich werde jetzt gleich versuchen, da oben... Also... Hier... Hier das zu übernehmen. Das hätte ich gern hier oben. Das. Diese Fabrike hätte ich gern. Äh... Weil dann wird es nämlich 4 zu 3... Äh... 4 zu 2 stehen, was die Fabriken angeht. Und dann immer noch 13, was sich die Post angeht, was aber scheißegal ist, weil... Der hat auch mehr Rohstoffeinnahme als ich, diese blöde Kuh. Kann ja wohl nicht sein. Das Fußvolk dürfte theoretisch auch weg sein. Wie gesagt, wir werden uns auch gleich noch unten um die... um das Depot kümmern. Sobald das Fußvolk weg ist... Dann werde ich hier oben die Fabrik einnehmen. Dann hat er die schon mal weniger. Genau, weil er versteift sich jetzt wirklich auf diese mittlere... mittlere Fabrik bei mir. Und das ist schon mal gut, wenn ich die gesamte rechte Seite für mich hätte, dass ich dann sagen kann, ab der rechten Seite mache ich einen komplett flächendeckenden Angriff nach links... und mache da alles platt. Ich will ihn eigentlich soweit jetzt treiben, dass er nur noch so... ein Viertel des Bildschirms... für sich beanspruchen kann. Und nicht zwei Drittel... äh... drei Viertel des Bildschirms... äh... für mich beanspruchen kann. Momentan... kann ich nichts für mich veranspruchen, weil... ähm... mir fehlt die obere Fabrik... für das erste Viertel. Dann hätte ich quasi diese Insel... diese beiden Inseln... und dann werde ich diese Hälfte hier... für mich vereinnahmen... dann werde ich von unten anfangen, den hier oben Platz zu machen... Platz... Platz zu machen... vor allen Dingen... Ja... So sieht mal mein Plan aus... Wir haben schon eine Stunde 36... Ich sage Ihnen... Das kann so bis zu drei... vier Stunden lang dauern... das da... Die Karten können sowieso länger dauern... manchmal kürzer... manchmal länger... sehr gut... sehr gut... sehr gut... Ja... die leichte Artillerie... die muss definitiv jetzt mal repariert werden... Wir haben ja jetzt eine Verteidigung... ähm... was unser... äh... unsere Fabrik angeht... Was unsere Fabrik angeht... da haben wir jetzt eine Verteidigung... und zwar die schwere Artillerie... ähm... Da freue ich mich schon ganz besonders drauf... weil... ja... So... Die mittlere Artillerie hat jetzt hier... Eisernkreuz... Gute schwere Artillerie... Zwei Erfahrungen... Gut... So... Das heißt... Ich mache jetzt mal das... was ich gesagt habe... und zwar... die leichte Artillerie hier... die wird mal... hierher geschickt... So... Da haben wir ein Fliegegezeug... Ähm... So... Wie sieht es mit der Flak aus... bei mir? Okay... Ähm... Die ist soweit safe... Dann können wir eigentlich... diese Einheiten wieder rausholen... Sehr gut... Ähm... Wie sieht es hier aus? Das ist kein Transportschiff... Deshalb brauche ich mir darüber... keinen Kopf zu machen... So... Dann werden wir die schwere Artillerie... noch ein bisschen bewegen... Eins... Zwei... Drei... Eins... Zwei... Ja gut... Ich will sie hier ungefähr... hierher bewegen... Aber... Außer Reichweite... Der... Der... Der Spätpanzer... wird er auch... Außer Reichweite... des... Bunkers... So... Mein Flugzeug... Mal darunter... Danke... Können wir eigentlich so lassen... Gut... Dann machen wir das Platz... Dann machen wir das Platz... Die bewegen wir mal wieder... hier rein... Ich könnte ja mal anfangen... den Transporter hier runter zu bewegen... damit ich meine... Fußeinheiten... mal hier runter bewegen... und dann die mal... in den Transporter... und dann da rüber... damit ich das Depot hier einnehmen kann... Wie gesagt... Vorher habe ich ja einiges noch... hier... Da ist nichts drin... Das ist gut... Das ist gut... Und ansonsten... sollte eigentlich alles so... Oh ja... Gucci bleiben... Ja... was... was... willst du... hier... 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 im Boot... greift mal hier das patrouillenboot greift da und zwar muss ich da genau den eingang heißt wieder keine fliegzeuge ja dann würde ich mal sagen hier schwere artillerie hau mal die leichte aus dem weg das flugzeug versucht sich da mal dran ja und der rest der rest der kohle gang cool das blick und ging es glaube ich ein produzent so guck mal wir sind wohl 77 aber 69 runter getrosselt und das freut mir das freut mir echt so theoretisch bin ich soweit jetzt durch weil ich habe alles angegriffen was ich angreifen kann let's go jetzt müssen wir warten dass der computer seine 66 69 einheiten noch produziert gerückt hat rückholen stück um ja was mein krisen geht kann hier ganz ein wenig werner wissen aber kann ich bis weiter erzählen und zwar Was mir ein Quiz angeht, da habe ich jetzt momentan mich nicht weiter bemüht um das Quiz. Ich bin auch überlegen, ob ich das Projekt einstampfen soll. Weil ich ein anderes Projekt am Laufen habe und das macht mir momentan mehr Spaß zu machen. Und bin mal gespannt, wie weit ich damit komme. Ich bin jetzt ein paar Ticken weiter, will auch eventuell, was das angeht, so ein, zwei Videos machen. Vielleicht kriege ich es hin. Mal gucken. Wie gesagt, mal gucken, wie ich es mache. Weil ich bin ja momentan an diesem Adventure am Programmieren, vom D24 Adventure System. Und da möchte ich, wie gesagt, momentan die Demo fertigstellen zuerst. Weil, sagen wir mal so, dieses Wochenende arbeite ich, das nächste Wochenende bin ich in Völklingen. Und bis dahin möchte ich mindestens mal ein oder zwei Räume fertig haben als Demo, quasi. Und da möchte ich eventuell auch Out-of-Orders-Softwerks geben, dass sie sagen können, hier, wenn wir irgendwo hingehen, dann holen wir das mit. Ja, gut, die Flugzeuge machen da nicht besonders viel Schaden. Bei Bunker. Was jetzt schlimm ist. Ja, aber die schwere Artillerie, die kommt langsam voran. Das sage ich doch, wir haben eine sehr gute Verteidigung. Und jetzt, 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 äh, Pante. So, ähm. Ich weiß, dass jetzt der Bunker, äh, also, ich werde versuchen, jetzt erstmal hier, äh, die hier Platz zu machen. Ich weiß, ob der Bunker jetzt in Reichweite ist. Gut, ich würde sagen, wir bewegen uns mit dem Flugzeug. Jep. Und darüber. Und dann... ...kuchen wir die wieder raus, weil die sind ja jetzt repariert. Da kommt, glaube ich, gleich das Fußvolk angeschimmelt. Das ist ja alles gar kein Problem. Wie gesagt, das Depot wäre ich mir gleich... Wo ist es euch gleich? Wo hat er sein Fußvolk? Da unten? Ja, dann werde ich mal mit meinem Nicht darüber gehen. Gut, äh... Gut, damit können wir jetzt diese Einheit reparieren. Das finde ich ganz gut. Hier ist ja nichts soweit. Okay. Ähm... So... 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 Okay. Ich bin soweit durch. Ja, wie gesagt, und dann habe ich ja vorher auch mit dem, ähm... Jetzt die Anleitung liegt, die ist da drüben. Mit dem D2H-Adventure-System versuche ich gerade momentan so eine Art Escape-Room zu erstellen. Ähm... Was mir eigentlich sehr gut gelingt. Momentan. Ich muss noch gucken, dass die Objekte jetzt, äh... Ich muss halt die Objekte erstellen, dann, äh... Die Objekten raus im Raum verschwinden lassen, die Objekte dann erscheinen lassen, wenn ich den Gegenstand untersuche noch. Äh... Äh... Das bin ich noch am Raustüfteln. Und... Ja... Wie gesagt, also ich bin noch am Lernen. Das freut mich. Ja... Dass ich das auch hoffentlich, äh... Zunächst, äh... Alles geregelt bekomme. Achso... Ich bin ja schon... Er hat ja schon gemacht. Ich war ja im Bewegungsmodus. Guten Morgen. Entschuldigung. Ich habe jetzt geschlafen. Ich war im Bewegungsmodus, er war im Angriffsmodus. Genau. Ich habe mir gesagt, das ist, ähm... Manchmal, äh... Überrasche ich mich selbst. Da bin ich von mir selbst so dermaßen überrascht. Da bin ich gespannt, was ich mache. Also... Ja, er greift weiterhin munter, äh... So, die schwere Artillerie kann ich nicht zurückschießen. Das finde ich ganz gut. Ähm... Dann haben wir, äh... Ihn hier. Der greift den da an. So. Ist da drüben irgendwas, was er angreifen kann? Nö, noch nicht. Dann greift er den da an. Dann können wir die Einheit hier reparieren. Und weil wir schon dabei sind... Äh... Machen wir eine Fokker E1. Ist hier irgendwas an Fußvolk? Nein. Sehr gut. Hier ist auch nichts. Ja. Ja. Und der hat auch nichts im Angebot. Habe ich eigentlich schon die Einheit hier repariert, die ich hier gesaved habe? Wahrscheinlich noch nicht. Doch, habe ich. Sehr gut. Ja. Und wie gesagt, jetzt kann ich warten, bis er mit seiner Denkphase fertig ist. Und das ist halt so mein... Bestreben momentan, dieses Adventure zu machen. Weil das macht, ehrlich gesagt, da kriege ich richtig schöne Fortschritte. Ich kriege richtig schön was zu sehen. Mit meinem Quiz momentan hänge ich ein bisschen... Weil mir die Fragen langsam... Ich habe zu wenig Fragen für dieses Quiz. Ja. Um... Bei Dr. Huber ist ja... Bei Dr. Huber ist ja, ähm... Einfacher, 100 Fragen irgendwie zusammenzukriegen. Aber ich hatte nicht so viel Platz, weil ich ja die Speicherkapazität falsch berechnet habe. Ähm... Ja, und... So habe ich halt... Wie gesagt, ich versuche noch Fragen zu dem Film zu schreiben. Aber momentan möchte ich, wie gesagt, diese Demo fertig kriegen. Damit ich sie am 5. November bei der Retro-Börse raushauen kann. Ähm... Ja, die sind Völklingen übrigens. Im Saarland. Wer möchte, kann da gerne hinkommen. Ich würde jedenfalls da sein. Ja. Hebring. Ja. Ja. jetzt bin ich mal gespannt sehr gut das schon aus den füßen schwere artillerie wird wahrscheinlich nicht so viel Erfolg haben doch sehr gut sehr gut ja die Fokker kriegt Erfahrung das ist nicht gut und die Elite kann was reißen weil ja gut 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 so dann holen wir das Flugzeug mal aus dem Hof so und dann machen wir mal diesen da okay da wird jetzt einiges auf mich drauf losgeschimmelt kommen die Idee mein Flugzeug da mal ein bisschen weiter weg zu machen ist glaube ich keine so gute so 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 ist das ein Reichweiter 1 2 3 1 2 nö ja dann die Frage lautet jetzt wo stelle ich das am dümmsten hin dann wäre ich hier am besten würde ich jetzt da hingehen Moment ich habe doch irgendwo nur ein Flugzeug produziert das weiß ich doch auch da habe ich doch hier genau so 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 er schimmelt alles auf diese Ecken sehr gut damit hat er schon mal das Depot nicht im Auge was ich ganz gut finde zwölf Ressourcen einhalten die ich gleich nochmal mehr habe hier oben das lässt er auch schön schleifen und das da werde ich mir auch noch holen hm so hoffentlich komme ich rechtzeitig da hinten hin alter so und dann werde ich da mal runter gehen obwohl eigentlich wenn die Einheiten sich da hinten hin bewegen alles klar so dann kann ich die Einheit auch nochmal reparieren ja gut ähm war ja klar dass er sich an meinen Spähpanzer ran macht mhm war das alles? das kann ich doch nicht annehmen ich kann nicht annehmen dass das alles war so so und jetzt guck er so dann wollen wir mal grad gucken also du kannst das hier mal überall ein bisschen Ordnung machen so so du hier und du da gucci dann du hier und du da auf jeden Fall dass das nichts hilft haue ich dir noch eins vom Koffer und du kümmerst dich dann bitte um den da sehr gut da oben kommt nichts angestimmelt das ist ein Ordnung da oben habe ich mich ja schon drum gekümmert ja und das war's dann denke ich auch schon die Fabrik da oben ist mein und das und der Bunker der ist platt äh denke ich mal hm ja die ist das ist das ist schon ich die wache wir werden mal nachdenken Ich bin mal gespannt jetzt, ob das was bringt. Also er gibt, glaube ich, oben die Fabrik auf und geht langsam runter Richtung Fabrik, weil er da jetzt die Hoffnung sieht, dass er da zugeschlagen kann. Da steht aber meine Verteidigung. Die steht eigentlich ziemlich gut da. Er meint auch, dann könnt ihr mich ein bisschen mürbe machen. Mürbeteig. Aber wo Mürbeteig? Wir haben ja bald wieder Dezember. Das heißt, es gibt bald wieder Plätzchen, Leute. Es gibt bald wieder Plätzchen. Ich kann wieder bald selbstgemachte Plätzchen machen. Es gibt immer Vanilleplätzchen, wo ich dann vorab zu machen mit Vanillezucker und so. Ach, da freue ich mich schon drauf. Bin auch einmal belegen, ob ich solche, äh, ob ich Schoko-Klasur mache und dann, ähm, quasi die Plätzchen noch mit Schoko-Klasuren einklasiere. Ich auch, da freue ich mich auch vor. Ja. Okay. Sehr gut. Was will ich denn bitteschön noch mehr? So, und jetzt komme ich mit zwei Einheiten da unten hin, da wird der Bunker bearbeitet. Verzeihl's. Hallo? Ich glaube, wo ist... Wie jetzt? Die Elite-Infanterie hat einen überlebt. Respekt. Aber Hachi ist entkommen. Respekt. Genau so sehe ich das auch. Und keinen Meter anders. Äh, ja. Ja, mein Flugzeug wird gleich böse. Vorhin zum Koppelkriegen hier. Wenn die Elite-Infanterie sich nicht um diese Elite-Infanterie jetzt gekümmert hat. Ich habe mich nicht aufgepasst. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alles klar. Äh, das könnte was werden. Das könnte gut werden. Ja, dann, äh... Let's go, würde ich sagen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ah, ja. Da kommt Fußvolk. Die haben wirklich das Zipo aufgegeben, also... Oh, ich wollte gerade sagen, die greifen ja gar nicht mehr mein Depot hier an. Hallo? Oh, ich wollte das Zipo angreifen, bitte. So. Gut. Also, die hier kümmert sich da drum. Die hier kümmert sich da drum. Die zwei kümmern sich hier rum. Was ist doch schön. Ah, äh... So, und diese... Boot-Einheit wird sich um was anderes kümmern. Ja, gut, äh... Wie gesagt, die schwere Artillerie bewege ich jetzt nicht. Boah! Ja, klar. Let's mod. Gut, er wird jetzt versuchen natürlich, nochmal das zurückzuobern. Oh, hier steht die schwere Artillerie eigentlich sehr gut. Das wird ein Webs-Mod-Kommando sein. Äh... Ich lasse die schwere Artillerie auch hier so stehen. Die ist klasse. So, wie sie hier steht. So. So. Du-Di-Hãos. 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 Okay. Du-Di-Hãos. Gut, ich glaube, er hat gar keine Flugzeuge mehr. Äh, das wäre von Nice ich kalt. Abo, Einheiten, wir verladen ja noch 60. Ja, der hat mal 77, das ist schon eine Zeit lang her. Gut, ähm, hoffentlich kriege ich die Einheit platt. Sonst holt er sich nämlich nochmal das, das zurück. Er wird sich die Fabrik nochmal zurückholen, das weiß ich jetzt schon. So, das so runter. Ich würde jetzt an die mobile Flaggen machen, aber das ist ja eigentlich egal, weil die mobile Flaggen, genau das habe ich mir gedacht. Hoffentlich kriege ich die Fußeinheit klein, Alter. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Weil da war nämlich die ganze Aktion für die Katz. Obwohl eigentlich nicht, weil die schwere Artillerie, die knallt alles weg, was bei Trani auf dem Baum ist. Äh, und hatte eigentlich quasi den Eingang gut im Griff. Ich hoffe nur, dass ich die Fußanheiten kaputt kriege. Er zieht jetzt alles, das finde ich schon mal gut. Bitte, 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 bitte. So, also das mobile Flaggen ist immer safe weg. Nein, 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 nein wenn ich habe ich ein problem ja sehr gut das ist eigentlich egal der spielpanzerküche sowieso ich hoffe dass ich jetzt mit der einen einheit er wird angreifen 2 Scheiße, sie ist weg So, das bedeutet also definitiv, ich brauche hier eine neue Einheit Alter, das ist zum Kotzen Ich war mir so safe, dass ich die habe, Alter Da ich jetzt aber nicht in Angriffsmodus bin Hab ich ein kleines Problem Also, was ich jetzt definitiv machen muss Bevor ich den Bunker angreife Er wird jetzt meine Einheit zerstören Ja, genau, scheiße Und er hat jetzt meine Einheit wieder Verdammt Ich muss jetzt als allererstes diese Fuß-Einheit hier vernichten Bevor ich mich woanders ranmahre So, zuerst brauche ich einen Transporter Quatsch, brauche ich nicht Ja, wird nichts bringen, ich weiß So Erstmal zerlege ich den hier Dann zerlege ich ihn Oha Okay Dann mache ich die Einheit hier Platz Und dann mache ich diese Einheit hier Platz Und die hier repariere ich So, dann Probiere ich es mal mit der Fuß-Einheit Ich drücke es mal so rum aus Ähm Wenn der mir jetzt keine weiteren Fuß-Einheiten hierher schickt Weil sie hier hochschickt Dann kann ich eigentlich mit der Infanterieeinheit Hier das Depot nur übernehmen Der hat jetzt dummerweise Ja, der hat auch genügend Scheiße Ja, macht ja nichts Wie gesagt, das macht gar nichts Das werde ich schon nur reißen Dazu brauche ich nicht viel Und das, was ich gerade gesehen habe Aber das war das, was ich schon die ganze Zeit prophezeit habe Der kommt auf mich drauf los Und das war das, was ich schon die ganze Zeit Und das war das, was ich schon die ganze Zeit Ich kann mich Mileonen ja es ist okay bewegt schon dem depot weg dass ich mir das depot gleich schnappen ja das ist wie gesagt also der wird mich jetzt hier müssen versuchen nackig zu machen der idiot aber da habe ich ja nur mit mitzureden ich muss das flugzeug unbedingt reparieren lassen so dann holen wir euch mal die palarac aus der füße dann holen wir diese einheit aus den füßen gut gut Sehr gut. Zurück. Und dann bewege ich dich mal hier raus. Dich lasse ich mal nur da stehen. Armgames. Der da her, der da her, der da rüber, alles klar, ist alles safe hier. Da kommt noch nichts auf mich drauf los. Uff, okay. Ja, seine Einheiten sind ein kleines bisschen verstreut. Das finde ich schon mal ganz gut. Wenn seine Einheiten verstreut sind, dann habe ich ein bisschen bessere Chancen. Das sind ja nur 3,50 Einheiten. Das kriegen wir hin. Mhm. Wer macht denn nichts? Aber 5 Stück, das weiß ich ja immer noch. Wir haben schwere Artillerie mit, äh, ausreichend Erfahrung. Bomben wir, der ist immer weg. Den, würde ich sagen, bauen wir da noch ein Fliegezeug und, ähm, da machen wir noch ein Fliegezeug. Und dann schaffen wir uns mit diesen zwei Flugzeugen mal hier rüber und fangen von da mal ein bisschen an aufzuräumen. Würde ich mal glatt behaupten. Gut. Also. Was habe ich gesagt? Dich haue ich hier her. Mit dir mache ich dich Platz. Und mit dir hole ich dich aus dem Spiel. Auf jeden Fall das. Unwahrscheinlich aber dann noch möglich. So. Alles klar. Was habe ich denn hier alles schönes? Hier habe ich dich. So. Habe ich dich hier auch im Visier? So. Habe ich dich hier auch im Visier? Habe ich dich hier auch im Visier? Gut. Ich bin dann soweit durch. Also ich bin generell durch, aber ansonsten. Ne? Sieht schon mal gut aus. Also wir übernehmen, wir haben, wenn wir mal bedenken, der hatte wirklich bald über 80 Einheiten. Wir haben ihn quasi, der hatte 84 Einheiten, glaube ich, als höchstes und wir haben ihn über 30 Einheiten weggeknallt und jetzt dezimieren wir ihn weiter. Das ist schon mal sehr gut. Weil die schweren Artillerien, die schaffen das. Wie gesagt, jetzt habe ich auch zwei Flugzeuge. Damit werden erstmal alle Einheiten aus dem Weg geräumt, die aus dem Weg geräumt werden können. Dann werde ich mal anfangen, alles ein bisschen, ne, ein bisschen aufzuräumen. Alle Bunker aus dem Weg räumen. Alles eine Frage der Zeit. Wir haben ja Zeit. Ich meine, wir haben ja noch die französische Kampagne vor euch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber kürzere Parts haben wollt. Also ich werde dann schon die Map wieder in einem aufnehmen. Aber wir können das dann in Parts schneiden. Dann dauert es länger. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ob euch sowas zu lange ist, so eine 4-Stunden-Session. Wir werden uns, glaube ich, wieder einer 4-Stunden-Session widmen. W tsch pf. Fff! Wie gesagt, das kriegen wir jetzt schnell hin. Genau. Die schwere Artillerie war da oben, die kaputt. Und dann sind wir da unten, was unsere Einheiten wieder angeht. Safe. Das sind nicht die Druiden, die er sucht. So, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Wie gesagt, wir haben ihn jetzt um einiges dezimiert. Und ich habe ja gesagt, ich mache das. So, dann werden wir uns mal da hochbegeben. Dann werde ich mal die Einheit hierher bewegen, weil ich habe das Gefühl, der wird jetzt gleich mit meinen Fußeinheiten hier angeschüttet kommen. So, wenn wir schon dabei sind, können wir unsere neuen erworbenen Flugzeuge gerade mal hierher bewegen. Damit die mal ein bisschen hier schon mal anfangen, Erfahrungen zu sammeln. So. Die schwere Artillerie kloppt jetzt erst den weg und dann den beiden. Und dann habe ich freie Fahrt für den Rhein. Hoffe ich doch. So. Die Fokker wird hier reingeschmissen, weil ich will die reparieren. Wie schaut das aus? Hier unten. Oh, da kommt ein bisschen was angeschimmelt. Zwei Stück. Drei Stück. Wie gesagt, jetzt versuche ich noch diese Einheit hier zu übernehmen. Das Depot. Das hier wird jetzt eine Kleinigkeit sein. Wie gesagt, der hier, jetzt mal jetzt den hier, der hier, jetzt mal jetzt dann hier, Feierabend, Ende Gelände. Ähm, und die hier, stellen wir mal hier raus. So, toll. Wie gesagt, das kriegen wir schon hin, ja. Ja, was alles. Oh, und hier habe ich wieder eine Einheit verloren. Macht schon nichts dafür, zerlege ich jetzt hier die Einheit komplett. Dann, äh, Tante, wix und reich weiter. Ja. Ja. So, pass auf, du zerlegst dann Himmischen hier. Du zerlegst dann ihm schon hier. Du reparierst da oben. Wenn wir schon da oben sind. Einmal zweimal. Ja, Quid, äh, das wird schon funktionieren. Da ist ja nichts mehr drin. Der bewegt ja alles hier rüber. Das ist auch ganz dufte. Jo. Dann hat er nur noch 50 Einheiten. Ah, den machen wir schon platt. So, äh, ja, nee, vielleicht. Auch eine Idee. Dann stellt sich eher so hin, dass ich ihn klemmen kann. Viel Spaß. Ja, Junge, ich will nix sagen, aber du hast nicht mehr so viele Einheiten. Der hasst nicht mehr so viele Einheiten. Und weil das auch nicht mehr so viele Ressourcen und ordentlich Einheiten zu provozieren, ne, produzieren. Da mache ich schon platt. So. Dann werde ich seine Fabriken und Depots eins zu übernehmen und damit diese Map gewinnen. Haben das auch alle verstanden? Gut. Wieso hat der jetzt ein Flugzeug? Aber ist der bescheuert? Wieso macht der jetzt ein Flugzeug? Ist der jetzt bescheuert? Sagen wir mal, hat der ein Rad ab und Flugzeuge zu produzieren? Junge! Da kommen gleich drei Flugzeuge, die ich abfangen, Junge. Ja, es ist alt. Ja, und zwar jetzt, pass auf. Äh, ach, greif ruhig an mir gerade. So. Ja. 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 Da werden wir mal schnell gucken, was wir in die Nähe. Äh, genau. Äh, warte mal, da ist auch noch irgendwo ein Depot gewesen, oder? Stimmt. Ja, dann kommen wir doch eigentlich jetzt, äh, Richtung da auch da oben. So, nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde. Werder mal, dass wir den Krieg zum Feind bringen. Nöch. Jo. Also, theoretisch. Was ist denn da mit die Mannequins? Sind die schon fähig? Och, komm, die sind auf dem Weg darüber, dann kann ich gemütlich da runter tätscheln. Ja, dann, ähm, was die Pro ist ja eigentlich auch safe. Die Fabrik hier ist safe. Und, äh, den, glaube ich, ist noch gleich vom Cover. Jo. Ja, das, äh, war mir klar, dass er mich mit einem Boot angreift, aber das ist mir egal. Wie gesagt, ich werde ja gleich ein bisschen... Fokker hat nicht so viel Erfahrung, ist okay. du, das, wenn der die Immobile Flach kaputt macht, das ist mir egal. Bin ich ganz ehrlich, das, das juckt nicht viel. So. Gucci. Ähm. Da ist nichts zu holen, aber... Da ist was zu holen. Und da ist was zu holen. Und da ist die jetzt wunderbar geklemmt, Zauber. Wow, da sitzt er gut aus. Wie gesagt, also... Diese Karte könnte ich, äh, ja, unter drei Stunden definitiv nicht gewinnen. Das, das könnte vergessen. Aber jetzt brauche ich jetzt ein Depot. Das werde ich mir jetzt holen. Dann werde ich das Depot verteidigen. Und dann... Äh... Jetzt nehme ich mir eine Fabrik nach der anderen. Wenn die Fabrik da oben meines ist, das Depot auf der rechten Seite meines ist, dann habe ich ihn quasi schon in der Ecke getränkt. Ja, ja. Vernachlässig denke ich mal seine Fabrik da oben ein bisschen. Das ist nicht gut. Weil der will jetzt mit aller Gewalt mich schmürbe machen. Das schafft er aber nicht. Aber schafft er definitiv nicht. Ich hab dann weiß, was ich vorab. Ja, und wie gesagt, der hat jetzt hier, der holt wirklich jede Einheit da unten weg und das Depot ist dann meins. So, Bums. Ich weiß auch, was er vorhat. Also er wird mit dem Flugzeug Richtung meiner Artillerie fliegen. Das ist aber schön, weil jetzt, wenn ich dann im Bewegungsmodus bin, dann kann ich sein Flugzeug einkesseln. So. Ja. Genau das, was ich mir gedacht habe. Jetzt ist er definitiv platt. Gut. Moment. Stopp halt. Kommando zurück. Kommando Pimberle. Warte mal. Ja. Hier sind noch, glaube ich, nichts drin. Warum konnte man mit dem leeren Transporter hier runtergetackelt? So. Also, ich könnte ja so ganz nebenbei mal mit dem Boot auch eine Zeit lang fahren, weil das ist ja auch noch da. Ja gut, äh. Ja, das ist, äh. Ja, hier. Ja, hier. Ja, ganz nah als Scheiße. Wie gesagt, kommt immer da runter, das Depot ist meins. Ähm. Das ist auch so. Ja. Ja, ich denke, das könnte funktionieren. Er greift aber auch die Inditein von Trian, der Idiot. Er greift wirklich allen Ernstes die Elitein von Trian. So, und du bist doch die mit den meisten Erfahrungen. Du kannst die platt machen. So. Oh, schnappst du das Fußvolk. Ja, da ist nichts. Weil hier war doch was im Angebot. Sekunde. Und zwar der hier. Jo. Dann hätten wir noch den hier im Sonderangebot. Zwei im Preis von einem. Ähm. So, was haben wir denn da? Was schön ist? Ja, weg damit. Schön. Und es hat zwar kein Erfolg, das weiß ich jetzt schon, aber trotzdem. So, wie viel hat er? 47. Wir müssen noch mal bedenken, der hat doppelt so viel gehabt, als er gegen mich angefangen hat. Ich habe eigentlich kaum Einheiten hinzugefügt. Ich habe mich nur permanent gegen ihn verteidigt und habe mein Heer und meine Luftwaffe auf den Standard gelassen. Einheiten hinzugefügt. ich habe es jetzt gerade eine einheit von mir die dahinter der hinter dem ding da der ja sowieso mit allem jetzt unten auf meine haupt konnte ja mal so zu loszugehen wo ich auch klar warum nicht wo das direkt funktioniert sag ich doch dass das dass der das jetzt gemacht war für den arsch so und die einheit ist sowieso kommt da und egal was sie jetzt macht ich glaube ich glaube mit der mittlere in der schweren artillerie klopp ist weg ja wie gesagt dass die folge da nichts reißen kann ist okay ist genehmigt so dann bleiben wir hier bleiben da wir bleiben drüben dann gehen wir mal dahin und dahin so und dann ja dann bewegen wir uns mal langsam der bleibt noch da stehen dann probieren wir unser glück hier wird hier wird Eigentlich brauche ich sie hier gar nicht zu bewegen. So. Die Einheiten sind auch down. Da die Einheit kommt rüber und dann ist hier unten alles frei für mich. Also, was will ich noch? Was will ich denn noch mehr? Achso, ich hätte ja können, wo wir meine Einheiten markieren. Das wäre auch eine Idee. Gut, dann würde ich sagen, was will er mal jetzt schaden? Das war's. Ach, was ist das? Da. Dann. Nein. Da. Wir versuchen es wieder mit dem Bunker. Ich glaube, es war jetzt gut. Ist es geklärt, könnte eventuell funktionieren. Vielleicht. Ah, warte, 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 warte. dann wollen wir doch da schön noch ein bisschen was machen hier guckst du da bist du hier ja ja ich denke dass das dürfte reichen dass das dürfte doch reichen doch um den platz zu machen das reihe wie gesagt wir haben jetzt die drei stunden maria angekratzt das heißt vier stunden habe ich habe fünf weil manchmal stelle ich mich auch so ein bisschen saublöd drin aber wie gesagt das bringen wir noch hin bewegt er sich jetzt quasi auf mich drauf los und da zieht er noch eine einheit zurück fragen über frage er geht auch meine einheit drauf los viel spaß hey ist geklemmt es funktioniert es geklemmt funktioniert vor sehr gut ja das ist von vorteil ja der bunker macht auch nicht erfahrung finde ich gut weg ja dieser spielpanzer wird nicht viel reißen können er hat wieder was produziert das macht aber nischt ich habe ich mir das boot okay dann schlappe ich mir das so was haben wir hier alles schönes im angebot ähm eins zwei drei eins zwei drei nein eins zwei drei er kommt auch nicht mal zurück also so die einheit wird jetzt komplett zerstört durch den bunker ja genau und dann hätten wir es eigentlich auch schon fast wir sind da oben groß problem ich werde doch schwitter schwitter wird 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 doch doch schon gern und dann gut ein fliegezeug gebaut das macht ja nix auf jeden Fall dass du es nicht schaffst ja ähm gut ansonsten ist hier nix ein reichweite ne ne eigentlich nicht so wie gesagt also wir werden jetzt äh mit dieser einheit hier die hier platt machen und mit dieser einheit werden wir die hier platt machen auf jeden Fall dass der bunker das nicht hinkriegt äh nicht so gut und mit der einheit werden wir das boot aus dem weg nehmen ähm gut das sollte es eigentlich gewesen sein ich werde glaube ich eins dieser flugzeug jetzt verlieren nicht sogar es kann eins verlieren das ist richtig der werde ich wahrscheinlich so hinstellen dass ich äh nicht durch kann mhm oh danke dass du mich daran erinnert zerst aber ich glaube ich glaube die ist sowieso das war die falsche einheit auch ja und sie aber Also wenn ich die Fabrik da oben eingenommen habe, was ich hoffentlich bald hinkriege, dann kann ich, die habe ich jetzt, die Fabrik ist jetzt mein, weil er hat ja keine andere, ja, okay, da holen wir uns die Einheit noch, klar. Das heißt, dass die Poe da unten ist mein, definitiv, weil da kann er nichts mehr reißen, das ist vorbei. Genau. Ja, gut, man hat das aber auch schon. So, das Depot da unten ist mein. Ähm, dann, jetzt ein Sporter. So. Da kann jetzt kommen, was wolle. Ja. Gucci, also. Äh, warte mal. Das machen wir nicht. So, das Depot werde ich jetzt hier mir zu Gemüte führen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also ich werde gucken, dass ich von hier ins Depot rein kann. Die Fabrik ist mein, das Depot wird mein. Und, ja. Das Depot wird mein und dann fange ich hier an, alles aufzubauen. Also. Was heißt aufbauen? Tja. Reparieren, meine Freunde, rep-ra-rieren. Ja, Fabrik ist mein. Finde ich knorkel. So. Gut, Gutschi. Also. Alles, alles Hotschan, Kombucha. So, dann werden wir noch den Sporter hier blicken. Dann greife ich noch ein Mimchen hier an. So, dann würde ich die Einheit zerlegen und mit ihm zerlege ich dann die Einheit. Gut, hier ist nichts in Reichweite zum Zerlegen. Und ja, es sind 34, 36, ich bin in der Überzahl. Viel Spaß. So, wir haben 310 Einheiten. Dann würde ich glatt behaupten, wir bauen noch ein paar Fliegezeuge. Und dann wird unsere Einheit, was wir haben, die wird dann repariert. Also die 3 Einheiten hier werden repariert. Der versucht jetzt echt mein Bootplatz zu machen, Alter. Das Boot ist eigentlich keine Gefahr, weil das Boot ist mir scheißegal. zwei. So, Ja, das ist sehr gut. Und jetzt, wie gesagt, Flugzeuge zur Reparatur. Und sobald das Depot übernommen habe, diese Flugzeuge auch zur Reparatur. So, hier rein. Hier rein. Und hier rein. So, und ich bewege jetzt hierhin. Nein, dein mobile Flarag. Oh Gott, dann bewegen wir uns mal hier langs. Und jetzt? Gut, in der nächsten Runde wird das Depot mein sein. Ich finde das gut. Ähm, ja. Bewegen wir langsam mal die schwere Artillerie auch Richtung oben. Weil Flugzeuge will ja keine bauen. Und deshalb wird die schwere Artillerie jetzt so hingestellt, dass wir hier oben die Fabrik alles clearen können. Ich habe den immer noch nicht repariert. Ich frage mich bloß, warum. Ich verstehe das nicht. Das war eigentlich gar keine so schwere Angelegenheit. Da rein und reparieren drücken. Also drin ist er ja schon. Die müssen nur reparieren. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so wichtig. Also wichtig. Behaupte ich jetzt einfach mal. Na? Drückst du bitte die F1-Taste? Nochmal. Also die F1, die F-Taste und die ganzen normalen Tastatur vom Amiga funktionieren. Also daran liegt es nicht. Was? Junge. Junge. Ja. Ähm. Nixenreich weiter. Okay. Valumma eigentlich. Die 33-37, Junge. So. Warte auf. Badrigg. Reparieren. Ne. Hier. Reparieren. Äh. Reparieren. 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 Was? Bin ich jetzt bescheuert? Ach so. Die war gar nicht beschädigt. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Ich stehe hier und versuche zu reparieren und ich brauche dich überhaupt nicht. Warum sagt mir das keiner? Sag mal so, kann ich nicht arbeiten? Obwohl, ich bin ganz ehrlich, der Amiga, ich habe ihn genauso lieb gewonnen wie den C64. Ich liebe den C64 mehr als den Amiga, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, der Amiga hat schon was Stylisches. Alter Amiga ist halt in meinen Augen, wie soll ich es ausdrücken? Ah, danke fürs Gespräch. Ich habe nicht gerade mitbekommen, ich habe was vergessen. Äh, nee, habe ich nicht. Äh, ich habe nämlich, ähm, das Problem ist nämlich folgendes, äh, der Amiga hat für mich so PC-Komponenten und so PC-like. Was meine ich damit? Ganz einfach, ähm, bestimmte Amiga-Spiele laufen nur mit 512 KB RAM, andere brauchen 1 MB RAM, dann wiederum andere funktionieren mit einem Amiga 500, dann wieder zum Beispiel andere funktionieren mit AGA, wunderbar, das kannst du aber auf einem Amiga 500 nicht haben, dafür brauchst du ein Amiga 600, etc. pp, etc. pp. Wie gesagt, ähm, das ist so das, was mich am Amiga stört, im Großen und Ganzen. So, dann gucken wir mal, du bewegst dich mal bitte da her, die Flugzeuge werden jetzt bitte woanders gebraucht, und approximatezu ke den Ähm, wieuga So, dann kommuniziere das Dinge, dasdoes Hastare Land, das Loch dasâne, dasinhajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. So, und dann den hier. Gut, dann habe ich dich auch schon mal in Reichweite. Okay. Äh, dich brauche ich dann nicht mehr als Fußvolk. Und du kannst dann jetzt schon mal dieses Depot übernehmen. Danke. Und du wirst dich jetzt mal da hochbegeben. Langsam. Ähm. Du wirst dich jetzt mal da hinbegeben. Und dann, wenn die schwere Artillerie da ein bisschen mitgeholfen hat, äh, ja. Ich denke, das sollte eigentlich reichen. Wie gesagt, das Depot übernehme ich jetzt noch. Die Fabrik habe ich ja bereits. Das Depot habe ich bereits. Und ja. Ja, das dachte ich mir schon fast, dass er trotzdem jetzt in Reichweite ist. Ja, das Depot ist jetzt mein. Gut, also das Depot kann, dass ich definitiv nicht mehr hole, weil, ähm, alles was jetzt oben drüber ist, ist, äh, von mir. Und wie gesagt, also jetzt wird jetzt mal die schwere Artillerie hergestellt. Ähm, die leichte Artillerie wird, ups, da hergestellt. Und dann hole ich mal die Fabrik hier und dann holen wir uns die Fabrik hier und, äh, jo. Das macht ja nichts. So, pass mal auf. Ähm. Glaube nicht, dass da irgendwas passiert jetzt. So, wie sieht es aus? Wir haben 73 zu 59 Ressourcen. Wir sind natürlich Überzahl und, äh, ja. Der Computer ist in der Denkphase. Sieht sehr gut aus, als wir das unter vier Stunden hinkriegen. Sieht sehr gut aus. Ja, wie gesagt, der Amiga, ähm, ist auch eine schöne Sache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, ein Amiga und, ähm, beim Amiga muss man auch aufpassen, wie man programmiert, weil, programmiert man falsch, dann programmiert man zum Beispiel, was für ein Amiga 600 oder für ein Amiga 1200, denke ich mal, und nicht für ein Amiga 500. Ah je, jetzt ist mal ein, wo ist denn der jetzt hin? Das ist halt, das ist halt so, das Sache. Gucken wir mal an. Also, das sieht schon mal sehr gut aus. Das war mir klar. Äh, das ist eine leichte. Eins, zwei, drei. Das ist okay. Gut, dann... Moment, wo ist es? Da ist es. Das ist... Das ist mein... So, da haben wir eine Flaragnemobile. Ich hoffe doch, dass ich die jetzt hier ein bisschen schützen kann. Pipipip, meine Cartio sagt, wir hätten jetzt genau 14 Uhr. So sagt meine Cartio zumindest. Gut, also lasse ich das mal hier stehen, das lasse ich mal da stehen. Und, ja. Eins, zwei, drei. Wie gesagt, jetzt lasse ich den hier mal stehen und, äh, schimmel mal mit dem ein bisschen hierher. Dass wir hier oben mal ein bisschen Platz haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also, hier müssten wir theoretisch unsere schwere Artillerie hinstellen können, dass wir hier oben alles clean halten. Theoretisch. Theoretisch. So. Und das Depot ist mein. Genau. Jetzt repariere ich, vorsätzlich muss ich reparieren, meine, äh, Kavallerieeinheit und dann, ähm... So. Ah, nee, kann man reparieren. Hier ist nichts sonst in Reichweite und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Diese Map ist eigentlich schon so gut wie abgefrühstückt und erledigt, meine Freunde. Diese Map wird die meine sein. Äh, okay. Gucken wir mal ganz kurz. Also, wir haben jetzt, äh, vier... 30 Einheiten mehr pro Runde, die wir produzieren können. Äh, die ist ja noch nicht in Bereitschaft. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, gut. Dann können wir den Bunker hier platt machen mit der schweren Artillerie. Und dann setzen wir die Artillerie Stück für Stück nach oben. Warten auf den Bewegungsmodus. Das ist ja egal. Weil, jetzt hast du es, äh... prophezeit, dass ich dich platt mache mit deiner... Also, jetzt ist alles, jetzt ist alles Geschichte. Sehr gut. Ist ja schnell erledigt, wir haben den nur einen zum Angriff Naja, ich hab ja gesagt, den lass ich mal hier stehen und dann ist alles gut War noch irgendwas angeschüßert? Nein Gut Ja, dann würde ich das behaupten, da der ja das so möchte Bin ja, ich bin Man muss mich nur fragen, das ist ja gar kein Problem Also, wenn man mich ganz lieb fragt, ob ich so nett wäre Natürlich Klar Warum nicht? Äh, ja Gut, dann der einzige Moduswechsel, der greift natürlich jetzt hier an, aber das ist ja wuscht Äh Das einzige, was er jetzt machen konnte, eine Verzweiflungstat Wie bitte? Aber Valum Ja, guck mal da, was ich hier habe Das ist so, hier guckst du einmal hier und das ist überhaupt nicht übertrieben Und da und hier ist nicht übertrieben und das haben wir sowieso nicht übertrieben Und warum greifen wir eigentlich mit allen an? Ganz einfach, weil wir es können Ja, gut Denkphase Junge, denk! Aber ich kann ja eins sagen Es ist litt, das ist es ist nicht so, hier und das ist Nein, da wissen nichtî erve fliegendes gerät warum hat er ein fliegendes gerät der muss ich auch gleich die fabrikte abholen also das ist ja wirklich überhaupt gar kein problem also gar keins der macht ja nix der ist gleich platz der ist auch platz sagen wir nicht eben noch so was wie ein flugzeug gesehen habe ich jetzt halluzinationen ich habe doch eben noch ein flugzeug ja dieses dach hier da so dann haben wir hier mal drei hier haben wir für noch was haben wir hier und hier haben wir pfui ja ich habe hier eine nonne gezählt 1 2 3 4 5 pfui teufel 7 8 9 da würde ich gern hin danke nein ja da ich hier nichts mehr zu machen das ist ja pfui 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 ja den kann ich ganz gemütlich verstehen lassen das macht ja keine was der hat nicht angegriffen man ist ja blöde also jetzt geht ja zumindestens mal hier mit dings hier angegriffen hier und hier und da und sowieso ja reparieren und reparieren und reparieren und reparieren und ja das wasser nicht schon im großen ganzen mehr muss ich ja lieber machen ja wenn warlord noch ganz ehrlich mit warlord doch für zwei personen gewesen wäre also für computer also für einzelspieler ausgelegt worden wäre leute ich hätte so ein geiles singleplayer game das ähnlich gewesen wäre wie history line die WORST regel die die sind ze Ja, gut, äh, machen wir mal dann hier Köpfen mit Nägeln, nicht? Also, hier, wir holen die Flugzeuge raus und dann holen wir mal alle Bunker aus dem Spiel, würde ich mal glatt behaupten. Oder? Wie seht ihr das? So. Eins, zwei, drei, letzte Chance, vorbei. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, das wird jetzt, äh, knapp. Wie gesagt, dann bewegen wir uns mit der kleinen Artillerie ein bisschen nach vorne, während die große Artillerie ein bisschen Gas gibt. Und wir holen auch die mobile Flarag, äh, werden wir jetzt gleich reparieren und nach oben fahren und dann, ja. So, die Denkphase. Also, mach mal nicht so viel, weil du hast nicht mehr so viel. Bier. 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 D spaces harder, oder? Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich alles Geschichte, weil das wird alles jetzt nach und nach weggeklatscht. Genau. So. Bums. Er kann mich jetzt angreifen, das wird er auch, glaube ich, tun. Macht er nett. Ich sag immer wieder gern. Ähm. Ja, irgendwie habe ich jetzt ein... Das habe ich hier komplett aus den Augen verloren, das Flugzeug. Ja, was hat ich noch gesagt? Die mobile Flag, weil die ich noch... Ähm... Ja. Ist gut, vergiss das. Vergiss das, Leute. Ich habe nichts gesagt. Warum verliert der Computer gegen mich? Das sind auch keine Karte-Attacken, was er jetzt hier macht. Das ist mein Besten Willen. So, zack, 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 zack. Ich hoffe nur, wie gesagt, ich hoffe nur, dass er jetzt nicht mit der schweren Artillerie angreift. Äh, mit der mittleren Artillerie angreift. Doch, er greift an. Ah, das macht ja nichts. So, jetzt haben wir das Problem mit der mittleren Artillerie angreift. Eins, zwei, drei, die mittleren habe ich dann. Eins, zwei, drei. Hier, für eine, sechs, die mittleren war es außer, gefischt. Aber warte, ah. Ähm, genau. Einmal. Zweimal. Zweimal. Dreimal. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, gut. Ja, gut. Gut, das war dann der Schiss von der Geist. Na, das ist immer nur eine Denkphase. Ich wollte schon auf eins drücken. Okay. 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 Die mittlere Artillerie hole ich schon mal aus dem Spiel. Und die einzelne Einheit hole ich schon mal aus dem Spiel. Jetzt habe ich halt noch ein Problem mit der anderen mittleren Artillerie, die da oben steht. A, bin ich ein Reichweiter und B, wie viel Schaden kann er mir machen? Gut. Ich habe mir hier aufgepasst, ob er angreift und was er angreift. Weil ich zu sehr mit meiner Einheit beschäftigt war. Ich hoffe, dass es uns reicht. Ja, ich habe mir das fast denken können, dass ich noch ein Reichweiter bin. So, dann werde ich mich jetzt erstmal darum kümmern und dann erstmal darum kümmern. So, dann hole ich das hier aus dem Spiel raus. Ja, gut. Denkphase. Die mittlere Artillerie muss aus dem Spiel. Danke, er hat sie bewegt. Damit ist er aus dem Spiel. Er hat sie jetzt so positioniert, dass er aus dem Spiel ist. Weil wie ich jetzt genau die Einheit, die ich jetzt da oben mit der schweren Artillerie zerstöre, da steht jetzt die mittlere Artillerie. Und damit habe ich ihn. Ja. Kuppela-Anschuldigung. So. Eins, zwei, drei. Okay, die Schwere darf ich noch nicht bewegen. Aber gleich. Gleich. Wie gesagt, wenn ich dann alles soweit hier Roger habe und dann freue ich mir. So. Jetzt sehe ich euch das mit der schweren Artillerie aus, sehe ich euch mit der leichten Artillerie aus und dann habe ich hier eigentlich alles im Griff. So, und damit würde ich die Fabrik übernehmen. Sehr gut. Genau. So. Mit der hier hole ich die aus dem Spiel. Und mit der hier hole ich die aus dem Spiel. Dann holen wir hier noch die Einheiten aus dem Spiel raus. Und dann dürft ihr eigentlich keine Fabriken mehr haben, wenn ich die beiden geholt habe, ne? Nö. Wenn ich die Fertigungseinheit habe und die daneben dran, und dann, äh... Ja, dann ist eigentlich alles Geschichte. Da freue ich mich. Ja, immer noch stark genug, um eine leichte Artillerie aus dem Spiel zu nehmen. Und wie gesagt, die leichte Artillerie, die bleibt jetzt hier da oben stehen, bis die Schwere nachgerückt ist. Und dann... ...hab ich die Schwere auch schon mal dort stehen, wo ich sie haben möchte. So. 1 2 3 und ich bin ohne auf reichweite der schweren artillerie ist sehr gut finde so dann holen wir mal die hier aus dem spiel dann die schwere artillerie und dann die bewegen wir uns mal mit dem fußballkirur er kann ja nichts machen was außer reichweite hallo warum weshalb wieso wussten wir haben ein problem ich bin außerhalb der reichweite aber hier nicht nicht habe ich mich da so verzählt ja er bewegt sich jetzt dahin das war logisch hallo haben wir hallo f1 jetzt raus ich weiß erst fast nur irgendwann funktionieren würden hier im spiel alles klar ja gut lassen wir den mal auf mich drauf loskommt wir haben alles im griff meine freunde wir haben alles in fester hand ich sage meine kollege immer so schön alles in deutscher hand das funktioniert ja da werden wir uns mal auch mit zwei flugzeugen nach oben hin bewegen hier das schienengeschütz hier versuchen außer gefecht zu machen ja ja gut da müssen wir gucken nicht nein der ist schon lange weg ich sage ich doch so lange weg ja ja Eins, zwei, drei, letzte Chance vorbei. Der Panzerzug, ich weiß, dass der mir Schaden machen kann, aber ich drück's mal so um aus, bleibe der Herausforderung. So, dann hätten wir das schon mal alles erledigt. Gut, dann bin ich soweit fertig. Aber, warte mal, hier. Da. 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 Okay, dann werden wir uns darum mal kümmern. So, dann 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, scheiße, zurück. Jetzt höre ich die mittlere Artillerie aus dem Spiel. Warum nicht klappt das, wie ich mir das vorstelle? Oh, okay. Die ist nämlich sehr gefährlich. Okay, dann wollen wir mal grad gucken. Also, die Fogger kümmert sich erstmal darum. Und das Schienengeschütz, da werde ich mich später drücken. So, wie sieht's aus? Genau das habe ich mir vorgestellt, genau das habe ich mir genau so vorgestellt. Sehr gut. Naja, das habe ich mir eigentlich mit der schweren Artillerie auch anders vorgestellt. Aber es ist besser als nix. Sehr gut. So, in der nächsten Runde ist nämlich dies meins. Gut, dann holen wir das Schienengeschütz aus dem Spiel. Damit holen wir den hier aus dem Spiel. Und damit übernehmen wir das da. Sollte eigentlich so vonstatten gehen, wie ich mir das denke. Genau, die Fabrik ist mein. Er hat nur noch eine Fabrik und damit nähern wir uns langsam am Ende. Das dauert über vier Stunden. Also sind es bei drei Stunden und 49 Minuten, aber... Sag ich doch, so. Auf jeden Fall, dass du kein Glück hast. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und... 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 Da sind noch 13 Einheiten. Das sind zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Okay, das... Wie gesagt, dann werden wir jetzt ein bisschen die Einheiten minimieren. Da sind noch zwölf Einheiten. Höhen... Mâh... Dampf? 11 10 Genau, 10 Einheiten noch. So, das sind schon mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, der kann ruhig da hergeschimmelt kommen. Das ist in Ordnung. Dann könnte ich mir quasi das Depot hier noch einverleiben. Genau. Das ist die Depot, wo ich mir mit dieser Einheit, die hier läuft. Und da oben mache ich alles gemütlich weg. Jo. Der macht ja nichts. Da holen wir dann noch den Bunker raus. Da den Bunker noch raus. Und ja, das ist, wie gesagt, also wir werden da jetzt hier noch ein kleines bisschen dranhängen müssen. Nichts in Reichweite. Na ja. Gut, wie gesagt, wenn die Paprik weg ist, ist sowieso alles Geschichte. Weil, ja. Ja gut, keine wenige Erfahrung und dann noch ganz kleine Focker. Das ist es klar, dass da nichts passiert. Hm. Gut. 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 Alter, jetzt aber weg mit den Flugzeugen. Also das wird ja hier gemeingefährlich, Leute. Ja. Das ist aber was blödes, das ist aber. Ja, die stationäre Flags, die sind blöd. Die gehören aus dem Spiel. Gehören nicht ins Spiel. So, dann ab in die Fabrike, meine Freunde. Gehören nicht ins Spiel. Gut. Aua, Schmerz, Aua, Aua. Schmerz, habe ich schon? Schmerz gesagt und Aua. Nee, ne? Ja, komm du mit deinem immer näher ran, das ist gar kein Problem. Zack, 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 weg. Sehr gut. So, jetzt können wir mit der Infanterie langsam da hochdackeln. Ich finde das klasse. Ja, die Bunker, die werden jetzt hier auch immer eins weniger bis zwei. Ist doch klasse. Ja, ist jetzt nicht klasse. Aber jetzt aber. Ja, geht auch. Man muss ja nur lieb, bitte, bitte fragen. Wenn man ganz, ganz lieb, bitte, bitte fragt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Man macht ja nichts. Quatsch. Quatsch. Ist doch nicht ein Reichweiter, ne? Nö. Bewegt hat sich bei mir schon ein Reichweiter, weil das wäre schön. Jo. Ja, der Charon, Gottbewahrer. Hab ich schon gesagt, der Charon, Gottbewahrer, also. So, äh, was haben wir denn da so Schönes? Ja. Gut, dann, F1. Ja, warum gerade nicht angegriffen? Äh, ist ja doof. Ja, das war halt jetzt ein Kalter. Ja, das war's. Pam, pa, da, pam, 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 pam. Bek. Bek! Ich mach schon nix. Ja. Ja gut, und dann werden wir darüber gehen. Also, ich hab, glaube ich, jetzt schon fünf Runden lang vergessen mit meiner Figur mich hier zu bewegen, dass ich dann sehr Pio beinehme, nicht? Ähm, ja. Das war halt jetzt auch ein ganz kalter. Wie viel steht's denn überhaupt? 6 zu 38, also knapp. Also ganz knapp. Ja, ist okay. Sehr gut. Das heißt, wir haben nur noch eine Flarag, gegen die wir kämpfen müssen. Das ist da oben die. Das ist aber gar kein Problem, Leute. So, die Kravallari. Wir haben es gleich, Leute. Wir müssen noch ein bisschen mit euch gedulden, dann haben wir es. Ja, das ist mein. Ihr werdet sie wahrscheinlich jetzt zurückerobern wollen, aber ich hoffe doch, dass ich schnell genug bin. Und dass ich genügend... Obwohl, wenn das... Sie hat ja keine Erfahrung und ist nur eine Gravallerie. So. Naja. Wie gesagt, er wird jetzt mit der Kavallerie zurücklaufen. Oder auch nicht. Warum er ist nicht zurückgelaufen, das verstehe ich nicht. Die Chancen standen eigentlich ziemlich gut, dass ich als einzige Figur, sage ich jetzt mal, nicht alle abluchsen kann. Deshalb verstand ich jetzt nicht, warum er das getan hat. Die Chancen. Ja, das ist von mir klar. Ach, ja. Jetzt haben wir eigentlich nur drei Einheiten. Das sind da oben, die. Genau. Und die werden wir jetzt auch noch fertig machen. Also er kann ja nichts machen, deshalb Befehlsausführung fertig. Und ich werde jetzt gucken, dass ich... Dass ich ihm jetzt hier versuche, noch so viel Schaden wie nur möglich zu machen. Was mir nicht wirklich gelingt. Aber das ist aber jetzt egal, weil... Genau. Jetzt sind ja nur zwei Einheiten. Und jetzt hat er eigentlich schon verloren. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, ähm, er kann ja nichts mehr machen, deshalb, äh, bin ich immer gespannt. Sehr gut, also das ist schon mal weg, jetzt sind es eigentlich nur noch die Bunker. Da waren es nur noch zwei Bunker. Ja, das, äh, war es nur noch einer Bunker. Gut, Abbruch, komm, jetzt noch. Alu F1, ich drück F1, alter, ich, Gott, das ist so eine Scheiße, mit dieser Art, das ist doch hier, ich, das ist doch gerade jetzt hier. Da, jeweils, wer älter von den vier jetzt noch irgendwelche Power hat, jetzt hier diesen Bunker-Platt zu machen. Einer von denen hat es noch. Gut, äh, dann würde ich jetzt sagen, war es für heute. Wir haben vier Stunden und sieben Minuten gebraucht, um diese Karte zu erledigen. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob wir das in Zukunft so machen sollen, dass wir das in Parts parken sollen. Ähm, ja, Sieg! Alle Einheiten sind besiegt. Damit haben wir das Thema auch abgefrühstückt für diesen Sonntag und wir haben noch einige Karten vor uns. Ich glaube, wir sind es ungefähr mit der Hälfte. Es dürften jetzt ungefähr elf Karten gewesen sein, das heißt also, mit dem nächsten Sonntag sind wir genau in der Halbzeit von der deutschen Kampagne. Dann haben wir natürlich noch die französische Kampagne, die wir spielen wollen und die Multiplayer-Kampagne, die ich schon allein durchzocken möchte. Ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das Ganze in stundenlangen Parts machen wollt oder ob ihr sagen wollt, pass auf, ich trenne die in einen Stunden Parts oder so. Oder halbiere sie, das ist ganz euch überlassen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gerne hättet. Ja, ich frage meine Community, wie sie es gerne hätten. So, was ich jetzt gerne hätte, ist nach diesem Aufnahmesession was zu essen. Und ich habe mein Mikrofon noch im Auge, ich nehme noch weiterhin mein Mikrofon auf, das finde ich sehr gut. Wie gesagt, das war hoffentlich das erste und das einzige Mal, dass mir sowas passiert ist. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Nein. Wir sinken. Ja. Im Auge 1916 sind wir schon Seeschlacht bei Skagerak. Ja, wie gesagt, das scheint ja wirklich momentan einigermaßen gut zu funktionieren, wie ich hier so meinen Plan gemacht habe. Aber euch gefällt das ja auch sehr gut, was mir ganz gut gefällt. Und das freut mich, wenn ihr zufrieden seid, bin ich zufrieden. Und wenn ich zufrieden bin, dann ist die ganze Welt zufrieden. Ja. Ja, wie gesagt, ist ein langer Tag, eine lange Aufnahmesession. Die letzten vier Stunden sind ja auch eine Zeit, werden jetzt drei Uhr mittags bei mir. Und ja, wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gerne haben wollt. Würde mich gerne über eure Kommentare freuen. Wenn ihr sagt, wie gesagt, 20 Minuten Parts, 30 Minuten Parts oder in einer Session. Ich meine, es kommt eigentlich ganz gut bei euch an. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wenn die Tastatur noch mal was hergibt, dann würden wir uns quasi... ...sagt es mir? Genau. Den Partool eintragen. Wenn das... Wenn das L denn möchte. Die Tastatur funktioniert, ich weiß es. So, und die nächste Map, die ihr nächsten Samstag, Sonntag sehen würdet, ist Flame. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, ja, habt noch einen schönen Sonntag. Bis dann, euer Partipatool. Bye, bye.